Doch, doch. Nicht, oder auch nicht? Ja, oder doch, oder doch? Doch, oder doch, okay. Ja, doch. Und ich mach eben das Video auf YouTube öffentlich. Und jetzt fährt hier natürlich gerade irgendein Rasenmäher vorbei. Kann man eigentlich hier so eine Hängeleiter runter machen, wie wir früher auf dem Server hatten bei dir? Äh, ich weiß das grad gar nicht. Wo war das, wovon war das auch noch? Das war... Ich glaub einfach nur von dem Baumod, oder? Also, also, ich bin der Meinung, das war damals direkt von den... Äh, also von Ark. So, ist öffentlich. Eigentlich. Ich bin der Meinung, du musst deinen Pegomaxus aufheben. Ja. Ich bin der Meinung, du hast den Schuss nicht gehört. Hallo, ich hab auch einen Pegomaxus! Ja, okay. Yo, yo, schreibt Jessica. Yo, yo, Jessica! Na? Yo, yo, Jessica! Okay, Gamebooster 1 ist der erste. Gamebooster 1, du hast die Ehre, dass ein Dodo nach dir benannt wird. Ja. Das ist nämlich unser Projekt. Das ist unser, unser neues Ritual. Genau. Der erste, der im Stream in den Chat schreibt, hat die Ehre, ein Dodo nach sich benannt zu haben. Und Jessica zählt nicht, weil die Moderator ist. Richtig. Und weil ich Jessica Bescheid gesagt habe, zählt das auch nicht. Da hast du recht. Oh Gott, und... La... Le... Lallelu, unter meinem Mondschauen zu, eins! Hey! Und... Hallo! Schau zu nicht, aber... Du weißt, dass ich dich weine? Herzlichen Glückwunsch! Okay, Jessica schreibt nur, wow! Wow! Tut leid, Jessica. Und Jessica wird sie auch unbedingt nach dem Dodo benannt werden. Dann kriegst du auch einen Dodo. Du kriegst auch einen Dodo. Ich krieg beide einen. Ja. Hallo, safti saft. 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 Safti Sack. Saft. Ja, hier musst du dich voll konzentrieren gerade. Uh, 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 Marcel! Ja! So heiß ich! Ich hab noch zwei coole Kostüme! Danke für die Invasion! Ich hab zwei Kostüme! Womit ich geglaubt, dass das Kostüme gibt! Die haben wir immer noch nicht ausprobiert. Nein, komm, wir treffen uns unten. Ich bin unten. Achso. Ich sitz auf meinem Eldermauschaffs. D-dum-d-dum-d-dum-d-dim-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Hallo, Beth! Ah, Jessica. Also, Tschuldigung, Jessica. Tschuldige für mein Fehlverhalten. Okay. Komm ran! Alter, guckt diese Walschaffs an! Ich find die Walschaffs eigentlich so cool. Ja. Ah, Hilfe. Sie will kein Dodo, aber Sam braucht'm Partner. Ich glaube, sie ganz an derρε USA bräubt Empire. Der Stanley... Oh, auf YouTube Nachrichten, da guck ich so selten rein, da muss ich mal reingucken. Das tut mich sorry, da hab ich noch nicht geguckt. Ich weiß, ich sag, dass du immer noch... Leid, dass ich dich die Werte habe, vergeben. Ach, alles gut, alles gut. Wir haben dich trotzdem lieb. Hey Jessica, wuhu! Sieht man den Chat? Man sieht den Chat. Oh, ich bin so gut in dem Spiel. Und Emblem Tommy schaut jetzt auch zu. Hallo, Emblem Tommy. Ähm, ich bin hier, ja? Okay, wir packen mal die ersten drauf. Also, erst das rote Doloringskostüm, oder das, äh, schwarze. Das schwarze, ey, hast du gedacht, das schwarze wird mega cool. Alter, das sieht halt echt nobel aus. Hallo, Fabian... Fabi. Und hallo, Max Meiermann. Guten Tag. Guten Tag, freut sich vor so über ihr Alferpferd, ja, sie hat sich gefreut. Jaaa! Fand ich voll lieb. Hab ich ja auch schon gleich einen Kommentar drunter verpasst. Jaaa, Fussel ist auch da. Fussel ist am Stüttel, natürlich. Okay, das ist das schwarze. Also, ich finde, es sieht richtig schön an dem Schwanz... Also, es hört sich jetzt perfekt an, aber an dem Schwanz aus. Ja. Ja, die Farben sehen cool aus, ja. Machen wir das andere. Machen wir nochmal rot. Hallo, als ob ich gerade aufgewacht bin, wenn du anfängst zu streamen. Nice, gutes Timing. Hallo, Fanto, und danke fürs Folgen. Fenn... 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 Danke an dich! Ich nenne sie Fessel. Fessel ist nicht so... Ah, der... Oh mein Gott! Ich hab das gar nicht gesehen mit dem... Ich hab grad auf den Chat geguckt. Das sieht ja noch cooler aus. Beides so richtig cool, ne? Ich finde, das sieht richtig gut aus. Gut, dann darfst du das Rote behalten. Herzlichen Glückwunsch! Hab ich Max Beiermann schon Hallo gesagt? Ja, hab ich schon. Nein! Oder? Doch, 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 hab ich. Das war der, der gefragt hatte, ob dir dein Pferd gefallen hat. Ach so, ach ja, das stimmt. Uns, uns geht's sehr gut. Und wie geht's dir so? Was ist, wenn's mir scheiße geht? Hallo, hallo Cookie. Echt? Geht's dir? Nein, 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 nein. Was ist was los, mein Kind? Äh, ich weiß nicht. Ich will mit diesen Worschloss die Tür aufwachen und das geht nicht. Okay, geht doch. Nein, wir haben jetzt was vor, aber vielleicht musst du das noch mal zum anderen erklären. Ja, aber wir müssen, wir müssen erstmal nen Dodo zähmen. Ah ja. Deshalb renne ich doch raus, du trollo. Stimmt. Hallo, Maro. Hallo. Kann der ich hüpfen? Ne, kann der nicht, schade. Wird denn auch bescheid da aussehen. Hoffentlich finden wir überhaupt... Ah, hier ist ein Dodo, sehr gut. Ich hab vielleicht grad vieles gekillt. Stark von dir. Das war ein Moshops-Kampf. Ja. Nein, da ist ein Pigomaxus! Töne ihn! Ich komme! Äh! 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 Weißer Tocke! Ich treff dich! Ich treff dich halt echt nicht! Ah! Er hat mich ausgeraubt! Doch, er hat mein Fleisch! Ich kann ihn nicht treffen, der ist zu klein! Ah, jetzt hab ich ihn. Mein Fleisch wieder her. Na, habt ihr wieder richtig Lust auf einen Stream? Ja, haben wir. Sonst würden wir uns nicht wachen. Nein! Wir streamen. Weil wir gezwungen wurden. Das ist los. Unsere Eltern haben gesagt, du bist jetzt wieder streamen. Ja, war so. Oder hab ich gesagt, aber ich hab keine Lust! Du musst! Du musst! Du musst! Oh, der ist sogar 460! Ah, hier ist Super Dodo. Super Dodo! Oh, ich hab keine Bären! Oh! Oh! Mein Attefakt hat er geklaut! Warum? Ich sammle Bären. Junge, irgendwie hat das grad mega rumgeleckt, warum auch immer. Ich weiß grad nicht, was los ist. Ähm. Du sammles Bären? Okay, sehr gut. Ja. Äh, lestest du das wilde auf YouTube hoch, dann kann ich wieder Kommentare beantworten. Hä? Ich... Achso, wieder bestimmt. Ja, ich lade das auf YouTube hoch wahrscheinlich, denke ich. Was denn? Das, was wir hier streamen. Stream? Hä? Stream? Ja, wir streamen gerade. Oh! So, äh, ja, hallo! Hahaha! Was tust du denn so dumm? Ah, Jessica wollte ja kein Dodo haben. Ich wollte Jessica auch grad nen Dodo zähmen. Ich hab grad meine neue Errungenschaft freigeschalten, den ersten Dodo gezähmt. Ey, wie cool bin ich einfach. So, ich klau mir den. Ja. Ich nehm den. Ah ja, wir müssen ihn schon mal Game Booster 1 nennen. Ey, naja, will er überhaupt so, dass er heißt? Kann auch sein, dass er will, dass er Hans-Peter heißt. Hans-Peter ist kein schöner Dodo-Name. Also, sag an Game Booster 1, wie soll dein Dodo heißen? Wie soll er heißen? Hallo, Edward. Na? Alles klar. Oh mein Gott, dieser Dodo in meinem Gesicht. Hallo, Joshua. Der Dodo Exit halt so genial aus dem Kostüm. Wann trifft die halt echt nicht? Ne, wann kann die nicht treffen? Äh, äh, äh. Der hat ne ganz cool Shitbox, der Moshops. Irgendwie so wie Kevin. Ach ne, der hieß nicht Kevin. Ähm. Auf was haut mich der jetzt hier doch? Äh, ne, das ist ne schlechte Idee, Tor. Was ist ne schlechte Idee? Nix. Ich hab dir was hier machen können, das ist einer als ein Typ und... Ehm. Alter, what the fuck? Ich weiß nicht wie du meinst. Der, der Alpha-Pullovia. Der Alpha-Pullovia hat immer noch leuchtende Augen, auch wenn er unter der Erde ist. Hübsch aus. Guck wie lustig das aussieht, siehst du das? Wirst du dann, ne, ich seh, ich weiß gar nicht wo du... Hier. Hier wo ich bin, in der Ecke. Warte kurz, ich muss die Tür zu machen. Okay, ist erlaubt. Hübsch wieder an, in der Ecke. Ach hier. Hier. Hä? Nein, hier. Wo ist denn hier? Ich springe, ich springe. Da hinten. Ich wär schon gleich so wie ein Dodo an den Kopf, ey. Da. Hier, guck mal, die Augen. Hahaha. Wie doch. Lassen wir mal hochkommen. Lassen wir mal hochkommen. Machen. Wie stimmt das aus? Oh, aber der ist süß. Der ist mega cool, ne? Ich find den richtig cool. Ja, aber echt geil, dass man den nicht, ähm... Was? Gamebooster Fussel plus Matschi? Wie soll der heißen? Kann der Fussel plus Batschi heißen? Das ist ja ein grandioser Name. Bin ich eigentlich auch, ne? Oh, Client sagt das aber nett. Oder Clint. Ah ne, Clint, ich sag mal Client. Aber das ist der Clint. Ich wollt grad sagen. Du war mit deinem Client. Du war mit deinem Client. Ja, keine Ahnung. Er kann streamen, er hat einen anderen streamen geguckt und dann hat er gesehen, dass du bist. Dank, dankeschön. Das ist nett von dir. Ich mach mal Gamma 2.6. Hätte der nächsten Folge einen Müff, Matschi Quatschi. Ähm. Ne. Joshua, das ist doch nicht so einfach. Matschi, erzähl doch jede Folge einmal. Ich wollt grad sagen, ich sag jede Folge wieder, was ich dafür alles brauche, um das zu können. Und, äh. Ich kann das halt nicht. Ich hab halt die Sachen dafür nicht. Natürlich. Also fangen wir jetzt an. Der soll Dr. G heißen. Okay. Das lässt sich machen. Der Dodo ist nach unten, ne? Oder? Ja, der ist unten. Wo hab ich den hingeworfen? Ich hab den doch da. Ganz unten? Äh, ja. Ich guck grad, aber ich find die nicht wieder egal. Jessica, du hättest letztes Mal so einen guten Namen für meinen Sabertooth. Erstens, ich brauch neun. Vielleicht schaffen wir das heute auch noch. Hallo, eine Fan von dir. Von dir? Dir? Auf jeden Fall Jessica, ich brauch einen neuen Namen für meinen schönen Schneeagentavis. Wenn ich Matschi finde, dann kann ich ihn dir auch zeigen. Du bist du Matschi. Ich bin oben auf dem Dach. Hey. Jessica, ich brauch nen Namen für den coolen Freund hier. Guck ich dir an. Ja. Guck ich dir an. Geil. Hilfe. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Snowy. Der hat doch schon nen Namen. Ja, der ist doof. Okay. Entschuldigung. Habe doch... Nein, du hast doch Jaro, sie hat doch Jaro gesagt, glaub ich, oder? Weißt du nicht, das ist ein Jaro? Ich glaub nicht. Ich weiß es grad nicht. Ich will noch ne Baumplattform machen. Jetzt lenke mich hier nicht ab von meinen... Macheschaften. Da ist doch ne Baumplattform. Ja, aber da steht ja mein Dach... Da sollen glaub ich doch mehr Dach mit aufstehen. Wow. Ja, ich will da so ne Leiter runter machen und so. Mhm. Aber ich glaub ich hab sogar noch irgendwo eine... Giga LP ist auch wieder am Start. Guten Morgen. Hallo, GigaLP. Ja. Hallo, Affeltasche. Hey, wer war... Mann, und wer war das denn? Der Agentavis ist ähm... Männlich? Weiß selbst nicht. Ähm... Wo kann ich das auch noch machen mit diesen komischen Plattformdingern? Ich bin grad voll irritiert. Das war hier, oder? Er ist männlich. Was brauch ich dafür? Metall, Zement und Fasern. Alter, das Ding ist richtig teuer. Ich wusste... Ich hab das Ding mal gemacht und... Weiß schon gar nicht mehr, wie teuer das war. Der Ressourtspolar... Alfred. Maru, das war jetzt irgendwie kein... Alfred ist ja ein wundervoller Name. Nein, so kann Dodo heißen, aber kein... Ace Agentavis. Wie alt seid ihr? Da kannst du unter Stream gucken, da steht das sogar. Ja, ich... Multitasking bin ich überhaupt nicht Main. Aber... Ich tu mein bestes... Beteilbaren... White... Oh mein Gott hab ich... Was... Frozen... Ich weiß gar nicht, wie viel war das jetzt auch noch. Auf jeden Fall auch Zement. Und... Heute gehört gar nichts zu. Danke! Dass du so lieb zu mir bist. Hatte dir das? Aber er heißt Snowy und Snowy ist schon so unfassbar langweilig. Wir brauchen was cooles. Wir brauchen einen coolen Namen. Zement ist zäh. Weil ich grad jemanden nicht sehe. Ich bin grad hoch konzentriert. Okay, so viel haben wir gar nicht. So viel Cementic Paste fällt mir grad auf. Pull. Was war's noch? Ich weiß jetzt schon nicht, was das noch war. Und was... Danny, doch Ice Cream! Oh, Cookie! Beste Name. Entschuldigung. Ice Cream. Das ist ja genius. Ice Cream! Ich find das süß. Danny, nicht so. Okay. Ja, da hast du recht. So, was war's noch? Farsan, okay. Die hab ich glaub ich hier sogar. Ice Cream. Ja, der ist süß. Ja, ich hab mir den angeguckt. Aber das... Ich... Ich seh da nichts ultra besonderes dran an dem Speer. Der ist glaub ich nicht viel besser als andere Speere. Ich hab hier drei verschiedene Trank Speere, also... Ich hab hier... Primal Pike. Dann hab ich noch die... Normale Trank Pike von Anunnaki. Und dann hab ich halt noch die... Ich weiß nicht. Dann Cupcake! Ich hab noch einen roten zu Hause. Mal gucken. Dann hab ich den einfach Cupcake. Ich geh kurz rüber. Oh, gleich wieder! Du bist ja eh grad am Machen. Ja, ja, ich bin... Ich frag... Ich frag dich voll im Stream. Hilfst du mir beim Bauen? Ja, natürlich helf ich dir! Ja, ich geh da mal rüber. Du machst das ja schon. Viel Spaß! Ich hab jetzt wieder! Ich geh doch gleich wieder! Ja, ja. Was ist der andere? Der ist auch männlich. Ja, gut. Dann ist jetzt Cupcake. Hätte ich euch nicht, meine Freunde. Ich wär überfordert. Ich weiß nicht, ich weiß... Ich werd das irgendwie vernünftig machen. Aber ich bin... Hallo, The Gaming Queen Wheel. Wir haben ja heute schon gelabert. Tachchen. Guck, ich bin jetzt gleich wieder da. Das ist ja wundervoll. Gerne. Ja? Ja, natürlich. Ich glaub, in der Crafting Station hab ich gar nichts mehr drin. Da will ich noch... Ich weiß gar nicht, wie ich das machen will. Wollen wir die da erst so drauf werfen und ich mach das... Äh... Hey? 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 Ach, du hältst deinen Schnauzen. Hey! Ist hier was drin, was ich gebrauchen kann? Ich brauch auf jeden Fall... Fundamente... Foundations. Was? Aber so... Mit hübschem Ausblick, oder? Ja, natürlich. Auch hübschen Ausblick. Ja, ja. This dude is nice. Das freut mich. Wir haben zwar noch nichts gemacht, aber... Aber es gibt ja jetzt sozusagen... Community... Projekt... Oder... Irgendwie so, wie man das nennen kann. Keine Ahnung, wie kann man das nennen? Hä? Was meinst du? Mit den Dodos. Warum wir jetzt was bauen? Ach so! Wo? Hä? Hä? Wo steht das? Hä? Nein, das hab ich... Ach so, du fragst dich das einfach selber? Ja... Ja, nein! Ich frage dich das für andere. Weil ich ein schlauer Mensch bin. Kannst du den 555er-Level-Dodo-Ex? Ja, stimmt! Ich hab den... Ich hab den 555... Obwohl, ich hab gewiped, glaub ich. Ich glaube, der ist gar nicht mehr da. Und ich glaub, wir haben auch nichts zu zähmen. Wir haben keine... Trophäen... Och, ich schreib schon wieder Fu. Wo? So... Wusel! Hab A nur für PS4. Uh... Ja, aber ist doch auch gut. Ja, aber ist doch auch gut. Ja, aber das soll ja... Eigentlich soll das auch nicht schlecht sein für... Dings. So, dann nehmen wir uns die mal raus und ziehen die da hin. Und dann hab ich hoffentlich Glaswände? Ich brauch vier hohe. Warte. Nehmen wir den... ...hin. Hallo... Äh... Deku... The Ghost 1. Hatschie Applaus. Sturmkind ist wieder da. Hallo Sturmkind. Da müsst ihr ja richtig wanderig unterwegs. Wanders nach Bayern? Einfach machen. Aha. Einfach. Kann man mal machen. So, ich will eigentlich vier hohe Wände haben. Wie heißen die auch noch bei S Plus? Was soll ich denn machen? Ich fühl mich so... Hilfe, was soll ich tun? Nutzlos? Ja, was soll ich tun? Okay, ich stell Dekosachen her. Danke! Dekosachen? Das muss ja hübsch sein. Ja, das muss ja hübsch sein. Okay. Und wir brauchen Futtertröge und so'n Spaß. Ich bin die Inneneinrichter. Achso, ja, okay. Du machst den anstrengenden Teil, ich mach das Schöne. Ja, und PCs sind immer so teuer, das kommt noch dazu. Ne. Oh, ich mach halt so viele Fansortations. Ich glaub, so viel brauch ich gar nicht. Egal. Wir craften einfach durch. Wieso habt ihr einen Dodo gezähmt? Weil wir das jetzt so machen, dass der Erste, der im Stream da ist, einen Dodo nach sich benannt bekommt. Und wo er so benannt bekommt, wie er den benannt haben möchte. Und der Gameboobster 1, der war heute als erstes da, und der hat einen, oder bekommt einen Dodo nach sich benannt. Und jetzt bauen wir gerade ne kleine Hütte für die Dodos. Oder ein Palast. Oder das. So wie sich das bei Machi anhört. Hääääh? Ääh? Ich mach nix ultra schweres, hoff ich. Ich hasse es auf Baumplattformen zu bauen, eigentlich. Aber, wir gucken mal. Achtung, Leck! Wieso, was hast du hier gemacht? Vielleicht hab ich außerdem was abgebaut. Aus Versehen? Ja. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Ist einfach passiert. Okay. Glaub ich dir das mal so. Sehr gut. Hallo, der Würmer. Der Würmer? Dankeschön. Das ist sehr lieb von dir. Hört sich fast an wie der Würger. Ich bin der Würger. Hallo. Obwohl, wenn wir das so machen, ist das halt easy, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich baue die auf Baumplattformen. Oder soll ich das wissen? Das ist eine Lüge. Ich hab... Ja, ja, okay. Das war ewig, ja. Und da hab ich auch ein bisschen getrickst oder versucht. Guten Morgen, Leonie. Hallo, Leonie. Erst können wir heute mal reden. Äh, ja. Aber gerade ist ungünstig. Weil... Ich schätze, wir streamen gerade. Äh, ich schätze nicht. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber... Ich schätze auch. Da könntest du sie recht haben. Ja. Das stimmt. Aber das könnte gar nicht so schlecht werden. Vielleicht bin ich doch ein Baumhauslord. Warum muss... Was? Wussel? Du musst weiter Pferde zähmen. Wieso muss ich Pferde zähmen? Ich hab doch Pferde! Ich hab sogar eins gezähmt. Ja! Und jetzt hab ich voll viele. Was zieht das? Oh man, da sind so Lücken zwischen. Ich hasse das! Atmen. Atmen. Wir haben... Ich hab den Atmen. Um als wenn einer so viermal hintereinander Erster wäre. Ja, dann ist halt der Zweite dran. Macht Sinn, ne? Denk ich. War jetzt die Ansage von ihm aber. So. Ich bin immer Erster. Ich bin locker immer Erster. Ja. Wird einfach so sein. Hat keiner die Chance gegen mich. Ähm. Ja. Da sind halt so Lücken zwischen. Das find ich halt ein bisschen kake. Hallo, Jan. Du bist auch wieder am Stizzl. Nice. Hallo, Stizzl. Oh man, wie mach ich das ohne Lücken? Geht das überhaupt? Weißt du, du hast... Was? Weißt du noch der Fetisch mit Fetty McFetfett? Fetty McFetfett? Warum aber Fetisch? Das erschließt sich mir jetzt nicht ganz sowieso. Fetisch. Dank für Sorgen... Schoxyle? Schoxylele? Ach du Schande. Ich... Entschuldigung. Ihr habt echt schwere Namen. Aber danke. Ich glaube... Ich hab keinen Kanal. Ich glaube, das wird mega kacke. Aber ich mach einfach weiter. Nein, du schaffst das. Ich glaube an dich. Okay. Lebe deinen Traum, denn er wird wahr. Denn er wird wahr. Ich kann die Texte nicht, verdammt. Ich kann nur... Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Wollte nur deine... Dass du mal singst. Ach so, schuldigung. Deine Zuschauer. Weißt du was? Ich mach das einfach so... Platz 4 bei den Deutschen. Alter, jetzt schon? Okay. Matschi und Fosse sind cool wieder da. Hallo. Wunderbarer Name. Ich... 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 Ich improvisiere einfach, ja? Clint heißt der übrigens. Ja, ich sag immer Clint. Ja, warum? Du Trottel. Keine Ahnung. Es tut mir leid. Okay, Clint sagt, wir haben Fetisch mit Fett... äh, McFetty... Möcht ich den Nacho aussprechen? Mit Fetty, McFett, Fett. So rum. Das ist halt... Wir haben Fetisch. Ja, kann man so nennen. Aber Pferde... Aber warum Pferde? Und Fetty, McFett, Fett? Warum... Warum Pferde? Ich kann... Ich kann alles, Clint. Du weißt es gar nicht. Das sind alles geheime Fähigkeiten von mir. 20.30 Uhr da, dann komme ich aber trotzdem TS, weil... immer mit besten... reden wir, sagt Leonie. Ja, ey, ey, ey. Ah, tschuldigung. Sie ließ das einfach und ist richtig glücklich. Huhu! Das ist immer wieder so gut. Das ist einfach immer wieder... Ach, erfrischend. 20.30 Uhr? Ist dir bewusst, dass 20.30 Uhr irgendwie... gut gleich ist? 20.30 Uhr ist in einer Stunde. Ja, Clint, es tut mir sehr leid. Ich gebe mir wirklich Mühe, nicht mehr klein zu sagen. Ich... reche es. Ich glaube, sie lügt. Du hältst jetzt die Backen? Ey. Na gut, will du das noch nicht. Nicht so in meinem Stream, ja? Nicht in meinem Stream! Mein Stream! Okay. Ich bade gerade im Baden und Streamen gucken. Kann man mal machen. Das ist eigentlich echt ganz entspannt. Das ist Leben genießen, ja. Dodos brauchen ein paar Bäume. Ein paar Flor... Floras... auch? Äh, ja. Ich vertraue dir da voll und ganz. Das wird zwar nicht das schönste Dodo-Haus, was ihr jemals gesehen habt, aber... da können Dodos rein. Morgen ist es schon da frei. Aaaaaaah... Kann sein, dass du auf Twitch bessere Quali hast als auf YouTube. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber ich hab keine Ahnung. Vielleicht... treut mich YouTube auch im Moment. Weil ganz viele haben auch gesagt, dass die alle in 360p gucken müssen. Was eigentlich gar nicht sein kann. Aber irgendwie ganz merkwürdig. Morgen erst um 10 im Hotel sein. Wuhu! So rein für glücklich. Wie einfach dir das Ding da nicht dran snappen will. Ich hasse mein Leben. Warum geht das nicht? Ich hasse Arkbound. Entschuldigung Leute, aber... Es ist raus. Deshalb übe ich das noch nie auf, weil ich sonst immer ausraste. Oder weil es einfach zu lange dauert, weil er ein Perfektionist ist. Das könnte auch natürlich sein. Auch ein bisschen. Für PS4 gibt es glaube ich keine Mods. Als ob das nicht geht. Ich mag Kekse. Ich mag auch Kekse. Ja, wenn du 1080p guckst, dann müsste das eigentlich dasselbe Quali sein. Wollt ihr machen? fragt Leonie. Zeigt. Machi baut ein Dodo-Haus. Community. Und... Eigentlich wollte ich doch einen neuen Sabertooth. Mal gucken, ob wir das alles schaffen. Ja. Ja. Sie braucht einen neuen Sabertooth, weil sie ein Album überskilled hat. Nur weil ich immer schneller sein wollte als Machi und sonst war ich nie schneller als Machi. Inbound bin ich Perfektionist. Das snappt einfach nicht so, wie das soll. Seht ihr das? Guckt euch das an. Warum geht das nicht da drauf, wie das soll? Okay. Was baut ihr da? Das fragt einfach jeder, der reinkommt gerade. Aber... ein Dodo-Haus. Weißt du was? Das kannst du gleich machen. Weil sonst dreh ich durch. Das snappt einfach nicht. Ja, dann gib her. Okay. Vergiss nicht, wir brauchen eine Tür. Ja, die geb ich dir ja gerade. Achso. Ach, die Tür snappt nicht. Ja, die soll ich hier drauf. Auf die zwei. Okay. Zähm dir doch lieber einen Chilacoleo. Davon gibt's, glaub ich, keine andere Version bei Anunnaki. Von daher... Hä, willst du mich verraten? Das kann die auch gar nicht drauf snappen. Wieso nicht? 1 von 10 nicht. Hä, wieso nicht? Was geht denn darauf nicht? Danke fürs Folgen, Machi und Fusse sind cool. Danke fürs. Ist schon komisch, das so selber von sich zu sagen, aber... Aber es ist halt einfach die Wahrheit. Er weiß halt einfach das. Ja, ich wollte gerade sagen. Kann man nicht hier drauf setzen. Vergiss es. So wie das rum... Wie das aussieht, da kannst du das nicht setzen. Kannst du hier nicht setzen. So wie das aussieht? Der dann ausschaut. Nein! Ich hab mal den Pogel oben. Wo kann man das denn oft reinsetzen? Ja, gerade. Wir brauchen eine andere Tür. Die Tür ist kacke. Ach so, die Tür ist kaputt. Ja, okay. Ja, die Tür ist kaputt. Das wusste ich natürlich nicht. Ja, das ist auch nicht so schwer zu finden. So viele Inseln... Einzelne Inseln gibt es, glaube ich, gar nicht bei The Center, oder? Ja... Na... Also... Coole nicht zum Bauen. Also neue Tür, bitte. Habt keine andere Tür. Auch eine andere Tür. Für Kaka. Danke fürs Folgen, Seenadel1. Danke, danke. Seenadel1. Ist auch ein süßer Name. Aber wir lassen halt einfach eins offen, als ob da oben was passiert. Ja, wenn wir die... Wollen wir nicht auf Wandern stellen? Da gehen vielleicht noch Babys? Ach so. Ach so. Und wie wollen wir die Babys denn dann? Die heißt... Sind dann ne Mischung aus... Muddy und Faddy? Okay. Gibt's da ein Mifft hier? Thylakoleos? Ne, ich glaube nicht. Das wäre richtig cool. Das wäre echt mächtig. Damit will ich dann nur noch rumrennen. Ja, ich auch. Ich liebe Thylakoleos. Also... So sieht das halt gar nicht so schlecht aus, oder? Das ist... Nö. Und jetzt zieh ne Tür rein. Ja, aber da geht ja keine Tür rein. Ja, ne andere Tür halt. Was für ne andere Tür? Weiß ich nicht. Ne andere. Halt ne andere. Und dann da irgendwie ein halbwegs schönes Haus... äh schönes Dach drauf bauen mal. Aber das muss ja jetzt nicht unbedingt sein. Machen das... Mach's nicht zu, mein Freund. Keine Ausreden. Du brauchst mir ja nicht gleich schon die Arschloch nennen. Ich hab auch Gefühle, ja? Arschloch. Oh, das musst du eigentlich reinpassen. Probier's. Hier. Das snap... Das ist nie dein Leben. Vergiss es. Ich... ich weiß. Das snap doch nicht. Ja. Das Ding ist... Das nicht funktioniert? Hä? Ich hab dir doch auch nen Türrahmen gegeben. Nein, du hast mir nur das gegeben. Nein, ich hab dir auch nen Türrahmen gegeben. Nein, hast du nicht. Ich hab ja keinen mehr, also musst du den haben. Ich... ich hab den aber nicht. Der liegt hier noch. Du hast ihn nicht aufgehoben. Du wirst den Ape. Ja, toll. Du hast ihn mir gar nicht gekauft. Ja, der... Ape. Ohohoho. Dann probier du den. Was? Dann probier du das. Versuch das zu setzen. Okay, warte. Wo bist du? Der? Wem gehört der Firedrager? Der gehört mir. Wie geht es euch so? Ist es bei euch auch so warm? Bei mir ist es im Moment auszuhalten. Es ist richtig kalt bei mir in Berlin. Also in Berlin ist es richtig, richtig kalt. Hallo Timon. Timon. Warum sag ich immer Timon? Danke. Hallo Timo. So. Ha. Gott. Gott, der snappt immer nur auf den... Der snappt nicht auf dem Ding, ne? Ja, mit Tyraculeus rumrennen macht auch am meisten Spaß. Auf der fliegenden Insel ist ein Artefakt. Ach Quatsch, das wusste ich gar nicht. Der doch unter der, glaube ich, oder? Ist es unter der Insel? Weil dann bin ich da, glaube ich, auszusehen mal reingeflogen. Fluffy, du bist die Beste und Lustigste und jetzt habe ich... Ich habe nicht Hunger auf Döner, weil ich gerade nach Döner... ... rief. Weil ich Fluffy gesagt habe. Hahaha. Macht Sinn. Dankeschön, sehr lieb von dir. Dann geh den Döner holen. Sein muss sein. Auf... Wie? Was für ein Ding bauen, Tom? Rede mal Deutsch. So, kriegst du das hin? Ja, warte. Wenn du das jetzt hinbekommst, dann kacke ich ein. Oh, ich flieg auf deinen Vogel. Darf ich das überhaupt? Ja, darfst du. Ta-daa. Mein Lieblings-Titul... Tadaa. Ah, mein Lieblings-Titul ist... Hä? Wie... Wie? Hast du einfach die Dinger weggenommen? Ja, dann ging es. Weil da darauf kannst du das Ding nicht setzen. Der setzt es sonst immer nur so auf diese... ... Plattformen direkt. Du bist so ein Drecksack! Okay, du hast gewonnen, ey. Oh, dankeschön. Reinfliegen. Kann man hier auch Flugdinos nicht aufs... doch, doch, hier kann man die aufs Speed leveln. So. Oh, ich glaube, ich brauche mal dein Megalass- Und reinfliegen, mach mal. Ne, wir machen das... jetzt machen wir das nicht. Das wird alles in der Folge gemacht. Meine Artefakte packe ich alle hier in den Tisch, die finde ich nachher eh nicht wieder, weil ich nicht mehr weiß, dass ich die reingepackt habe, aber... Oder beziehungsweise er holt davor einfach neue, bevor er wieder dran denkt. Ja. Oh, ich hatte die noch. Wahrscheinlich, ja. Könnte sein, könnte sein. Könnte sein, genau. So. Äh, was wollte ich jetzt machen? Jetzt wollte ich ein Dach machen. Sealings. Äh... Was für Sealings nehmen wir da? Glas? Das sieht, glaube ich, nicht so... ...sexy aus, oder? Weiß nicht. Doch. Könnte mal von oben reingucken, rein theoretisch. Oder wir machen die halt undurchsicht. Dann sieht das, glaube ich, ganz cool aus. Ja, also... Wieso kann ich machen? Habe ich davon auch welche? Irgendwas bei dir, ähm... Lass die, die 22 Stück habe ich sogar. Ich bin reich! Kann man dir irgendwas Bärenfarm? Mit irgendwas Bärenfarm? Ach, du hast den Dodo gar nicht umgenannt. Ähm... Ne, 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 das musste ich doch machen. Ich hab den da ja hinterher gebrochen. So. Wie war das nochmal? Hallo, Herr Doktor. Aber auch nicht so einfach, dass... Oh, ich hoffe, er ist noch im Chat. Was hab ich verpasst? Gangbooster, bist du noch im Chat? Hey, dann wollte ich den Doktor Drie nennen. Oder wie auch immer man das nennt von... Äh, ist das nicht das von den Kopfhörern von... Ähm, Dings? Wie heißen die auch noch? Ach, wie heißen die Kopfhörer auch noch? Diese Teuren? Äh, roh... Ach, hier, Doktor Drie. Hier. Umstand. So, da ruhig jetzt halt mit meiner Handfarm. Ich glaube, es sieht gar nicht so cool aus. Hä, ich hab doch... Ich hab da doch einen Trike. Okay, ich hab's gemacht. Ich hab's geändert. Wo ist der Trike? Bin ich doof? Ach, da hinten? Ja, von den Beats. Dankeschön. Ich kam nicht drauf. Beats? Ach, so heißen die so? Von Dr. Drie sind die, ja. So. Kann ich hier irgendwie so absteigen, dass ich nicht runterfalle? Ja, ich bin der Beste. Und jetzt muss ich noch da hochkommen. Äh, easy. Wie kann man nur so gut in dem Spiel sein? Äh... So, so. 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 Danke fürs Folgen, Keks. Lp, 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 Lp. Oh nein, stopp! Ich komm jetzt nicht mehr raus. Lass mich raus. Lass mich raus, lass mich raus. Lass mich raus, lass mich raus. Du kannst doch vorne durch die Tür raus, du Trollo. Lass mich raus, lass mich raus. Na, ist der nicht zu groß? Ne, ne, ich glaube nicht. Der Agentar ist... Ich... 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 Ich glaube nicht... Kann Fussel mich timeouten, bitte? What the fuck, was sind das denn für Menschen hier? Was? Wieso soll ich dich timeouten? Du hast ja nichts gemacht. Hallo Baloo! Und hallo Keks. Hallo Baloo! Lp, 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 Lp. Warum will ihr das außen setzen? Ja. So. Wir wollen mal eben gucken, dass wir noch ein paar Glasteelings wegkriegen. Ich kann ja echt nicht bauen und gleichzeitig auf den Chat gucken, ne? Da bin ich halt echt so überfordert für. Warum kann ich keine Glasteelings mehr machen? Woran hat gelegen? Metall? Okay, easy. Metall haben wir genug. Ne, mit dem Giftpike will ich da nicht gegenhauen. Du denn nicht? Gönn dir doch mal was. Ja, okay. Nächstes Mal. Sven-O-Mat ist auch am Start. So, zieh ich alles raus. Zack. Find mich bitte nur Keks, Lp. Okay. Okay, wird gemacht. Aus als Weise. Weil du's bist. Weil du's bist. Hallo Sven-O-Mat. Tag Yen. Ist Fussel dabei? Ne, die ist nicht dabei. Leider nicht. Heike. Heike. Voll schade, dass Fussel nicht dabei ist. Hallo Labi. Aber zieh jetzt bitte nicht rum, ja? Sag bitte einfach, ich bin die Heike. Ja. Du kommst raus. Kraft war ein bisschen schneller hier. Ich? Ja, du. Nein, dich du. Ich war doch gar nicht. Achso. Ich kraft war ein bisschen schneller. Sag ich so zu dir. Achso. Deshalb baue ich nicht in Aufnahmen, meine Freunde. Bauen, das ist einfach nur... Äh, okay. Ich, ich, ich find Machi auch cool. Aber dankeschön. Sollte ich ihn timeouten? Wen timeouten? Achso, hast du eben geregelt, okay. Pssst. Der heute ist ja schuld. Ihr habt doch schon, ihr habt schon... Ihr findet auch schon cool, ich auf jeden Fall. Danke fürs Folgen, Svenomad. Ach, du machst da so Lampen rein oder was? Ich dachte grad, was hängt da an den Scheiben, ey? Ich war grad so richtig... hä? Was ist das für Dreck? Wer macht da so Dreck gerade? Warum ist da ein Clou da oben? Ja, wo ist der? Ah, der ist ja auf dem Dach, der steht ja schon. Ewigkeiten. Ich war mit dem Metallfarm, da hab ich die hier oben aufs Dach teleportiert und da hab ich das alles mit der Ressource-Pull-Gun da rausgezogen. Schon wieder schlau gewesen, ne? Ja, das war intelligent. Woher holt er es, ne? Ja. Fragen über Fragen. Oh! Ich hab so ne coole Idee. Ah, das wird zu ewig dauern. Nein, das darfst du noch nicht sehen. Schnell aufheben. Danke, Lavi. Äh, aufheben. Ah, ich muss davon ganz viel craften. Tschüss. 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 Hauch rein. Tschüss. Bis später. Ja. Heike ist raus. Wer ist Sonnenbrand? Ich nicht. Ich krieg ja kein Sonnenbrand über im Zimmer. Ich hab gesagt, weil wir nicht rausgekommen und haben keinen Sonnenbrand verkauft. Ich wollte es gerade sagen. Du bist ein Spacko. Hättest du das echt gesagt? Ne, ne, ich würd das nie sein. Jaja. Vergrößerst du deine Base? Ne, das ist, äh, keine Base-Vergrößerung. Wir hatten eine Idee, dass wir dem ersten Zuschauer, der immer in den Stream kommt, ein Dodo nach sich benennen und die wollen wir hier alle einsperren. Äh... Wie kommen hier denn alle rein? Hier werden unsere Zuschauer eingesperrt. Aber wenigstens habt ihr's hübsch. Ja. Das ist also positiv. Wir tun unser Bestes, damit ihr euch wohlfühlt. Ja. Oh Gott, nein, ich muss niesen. Ah! Gesundheit. Wah. Wah. Okay. Ah, wah, wah. Aber Dankeschön. Andere sagen Danke. Wah. 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 Äh... Holt ihr noch ein paar Artefakte oder so? Also für Bosse ja, aber nicht im Stream. Im Stream machen wir das nicht. Das war ich wieder in der Folge. Dat... Dat muss gezeigt werden, Leute. Wie ich wieder eine halbe Stunde im Cave rum irre, obwohl das Artefakt direkt neben mir ist. Ein Klassiker. War das bei euch auch so, dass dieser Super Spiders Mod, das Spiel dann auch gecrashed ist. Obwohl das vielleicht das in der Hand hat. Äh... Ne, das war glaub ich ähm... Bei Utility Plus oder so, dass da immer dann was abgekackt ist, wenn der... Wenn man das Spyglass rausgeholt hat. Hab ich aber auch gehört, dass das so war. Aber bei Super Spyglass war das nicht. Du klingst wie du nicht wie meine Katze. Äh... Äh... Scheiße. Jetzt bin ich noch eine Katze. Was bin ich denn auch alles? Warum geht da keiner zwischen? Ja, ich werde da eingesperrt, dann bin ich bei Fusse und Matschi. Ist so. Dafür musst du der Number One sein. Dafür musst du der Schnellste sein. Ja. Du musst der Allerbeste werden. Der Allerbeste. Wie keiner vor dir war. Keiner vor dir war. Okay. Sehr gut gesagt. Wir verstehen uns. Definitiv. Ah, da wollte ich auch noch einen hinhaben. Oh Gott, hasse ich es auf Bäumen zu bauen. Das ist einfach so komisch. Da gibt es eigentlich gar keinen Unterschied wirklich. Aber... Füllst du ruhig weiter ein. Doch, das hat alles keinen Snap-Point und keine Foundations. Achso, Jan hatte auch das gefragt. Was ist, wenn man zehnmal der Erste ist und sowas? Jaja, da gibt's nichts, ey. Dann flieg der in den Tür raus. Dann töd ich den. Dann kriegst du einen Time-Out. Ich bin wieder Erster als Z-Tumal. Zack, Time-Out. Oh nein, was ist das denn mit Machi ist, äh... Wattwattwattwattwattwattwattwattwattwattwattwattwatt. So, jetzt muss ich mal kurz nachlesen. Machi und Frise sind cool, zur Information. Du wolltest getime-outet werden. Ich hab's gemacht. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Was heißt's noch auf dem neuen Update... Ich finde das neue Update richtig cool. SleepyBeer 83... Dank für's Folgen. Ähm, ich finde... Vor allem diesen co-schen Dino, der so rumbrüllt, wo ich grade nicht weiß, wie der heißt, den find ich mega-cool. Den find ich richtig, richtig cool. Und ich muss mal... Also ich glaube, dass der hier noch nicht dabei ist. Ich denk aber, dass der bei Eternal dabei ist, weil ich das bei einem anderen YouTuber gesehen hab, dass der, die da schon spawnen hatte... Fern ist da echt ziemlich fix, ne? Ich war runter. Ja, Eternal, da geht das immer schneller. NEIN! Oh, da ist ja gar keine, stimmt. Da kann ich ja keine hinpacken. Warum kann ich ja keine hinpacken? Hast du einen Teleporter da, den du ganz kurz da oben aufstellen kannst? Hier oben? Ja. Ja, weil ich bin runtergefallen und ich kann nicht mit dem nächsten Dino hochfliegen. Äh, warte. Hallo Kekse sind cool! Ja, steht da. Und ist bei Anunn... Der ist bei Anunnaki? Ich hab noch keinen gesehen, aber ich war heute um die ganze Web geflogen. Hallo Kekse sind cool. Eigentlich kann ich mir das was dir vorstellen. Ich hab gewiped und ich bin über die ganze Web geflogen. Eigentlich hätte ich den sehen müssen. Danke schön. War gerade am Trinken, Entschuldigung. Bitte, bitte. HAUT IHN! Warum passiert keine Zählinge? Das finde ich schon wieder so schlimm. Ja, Labby, ich höre jetzt noch Bescheid. Du ist... Du ist... Der... Lab... Labby... Not. Du hattest merkwürdigen Namen, den ich nicht aussprechen konnte. Magst du Kekse, wenn ihr mich bitte nicht essen? Was zum Teufel! Ja, ja, ich find Kekse nicht schlecht, aber du bleibst verschont. Gerade so. Aber es sieht halt gar nicht so schlecht aus, dafür dass das halt so mega improvisiert ist und... Da muss noch ne Zähling rein, irgendwie. Labby, Not. Ja, 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 ja. Ich wusste es. Ah, hier, Jessica, die ist... Die weiß wieder komplett Bescheid, ey. Warum, was hat sie gesagt? Ich kann ja nicht gucken. Den kompletten Namen mit Herkunft, alles rausgehauen. Oh, ich hab... Wohnst auch in der und der Straße? Ja. Schau da! So, ich spring hier nochmal runter, mach nochmal ein paar Seelings und hoffe, dass ich da irgendwie eine reinkriege, sonst... ärgert mich das mein ganzes Leben lang. Hier ist mal, wenn ich da lang fliege, werde ich einfach diese Lücke sehen, das wird mich so ärgern. Also, in sowas bin ich echt... Auch wenn was richtig schief steht, das find ich so schlimm. Die Lampen, die ich hier drinnen angebracht hab, das ist gar nicht so einfach. Machen wir nochmal 20. Ja, das hab ich... Haben ganz viele in die Kommentare geschrieben, wusste ich nicht. Also, da war der Patch gerade... ...ne halbe Stunde raus, wo ich das Video gemacht habe und... ...da wusste ich das halt noch nicht. Aber mittlerweile... ...weiß ich so ein bisschen Bescheid. Nein, ich hab nichts mehr. Ne, ne, das ist erst ab jetzt, Leonie. Was ist jetzt? Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, sie war auch mein Erster und sie hat sie auch mit Dodo haben. Ich war auch mal Erster, Tom war auch mal Erster, Jessica war auch mal Erster. GoHD war auch mal Erster, es waren so viele Leute schon irgendwann mal Erster. GoHD war schon öfter Erster. Ja, das stimmt. Wer hat einen Fidget-Spinner? Ich nicht. Ich hab mir einen bestellt! Ich hab mir echt einen bestellt! Echt jetzt? Ich will diesen Hype mitbekommen. Ich muss dann auch, ich muss auch den Hype ausleben. Ich will wissen, warum alle Leute das feiern. Ich will das einfach verstehen. Wenn ich krieg, mein Hund ist und der kann drauf rumbeißen. Okay. Kacke ist, kannst einfach meinen Hund bekommen. Äh, du darfst kein Geboah sein, weil... ...es hier gar keine Geboahs gibt. Aber wir könnten halt einen einspauen, das wäre höchst die einzige Möglichkeit. Ja, ich hebe die hier auf und dann kann ich da wahrscheinlich gleich wieder... Ach doch, da kann ich jetzt alle setzen. Da kann ich jetzt alle setzen. Ah, das geht. Das kann ich verkraften. Ah, okay, das ist jetzt nicht mega schön, aber... Aber selten. Ja, richtig. Kannst ja mal nach einem anderen Chilakoleo suchen. Äh... Ja, ich guck halt sowieso immer nach allem so ziemlich. Wenn ich aufnehme und so, da guck ich halt eh immer, was ich so finde. Hä, da hast du noch das Ding, warum kann ich... Ah, jetzt okay. Okay. Danke fürs Folgen, Dragon Beast 0. Danke, danke. Oh, wie heißt der Stream eigentlich? Oh, da ist er noch richtig. Okay, da ist... Du, 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 du... Äh... Nein! Okay. Ah, ist ganz okay aus. Hallo Dragon Beast. Na? So. Und töte oder force tame einen. Oh, du hast da so richtig schöne Blumen rein. Nein. Nein, du durfst es doch noch nicht reingucken. Ach so. Oh. Danke, du hast es nicht gesehen. Äh, du hast ja richtig gar keine Blumen reingepackt. Ich war richtig unproduktiv, sagst du. Ja, warum machst du nichts? Mach was für dein Geld. Was? Ich hab' kein Geld. Ach so. Äh... Du hast mich verwechselt, ne? Ja. Warte? Weil eigentlich bin ich auch immer nur Angestellte, die sich einfach immer nur so anhört wie Fussel, aber eigentlich ist immer jedes mal jemand anderes. Ja, eigentlich bist du immer Olga. Oh! Oh, ich dachte ich bin der Stark. Ich meine, dann bist Olga. Ah, das sieht ja sogar... Ja, da habt ihr's auch alle gemütlich, Leute. Mein Kater mault mich schon die ganze Zeit an, Mathilde. Warum das? Ihr seid die Besten süß. Danke, du Biest. Danke, danke, Elf. So, wo ist jetzt der Dodo hier? Da ist der Dodo. Der darf noch nicht rein, ich bin noch nicht fertig. Äh... Sicher? Ja. Ich will ihn aber rein haben. Nein. Okay, ich hab' die nur schon oben hingestellt, okay? Ja. Okay. Kannst du reinstellen, dass die Boss mit den... Moment droppen? Hä? Oh Gott, ich hab' Standbild. Warum? Okay. Da hab' ich kurz Angst. Ähm... Kann man sowas einstellen? Ich glaub' schon, ja. Alter, du warst grad mega laut. Einmal kurz. Leid. Aber ich glaub' schon, dass man das machen kann, weil... Ich hatte mal ein Video davon gesehen, wo jemand, äh, so ein PvP... Okay. Jemand... So ein Projekt hat und da konnte er es auch einstellen, dass du dann auch bei den... ... 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 Das musst du so lange craften. Weißt du, wie lange das dauert? Achso, ja, ja. Ausreden über Ausreden. Ja, irgendwie so an die 52 Grashalbe zu... ... ... ... zu bauen. Ich glaube, da brauch ich mal ein Satel für mein Schweinchen. Das hat nämlich noch kein... ... 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 Nee, ganz so schlimm nicht. Der wird nicht Gafik genannt. Da ist ein Giga-Eier. Ja, da hab ich aber nix von. Weil ich hab ein Kibbel-Table, also ich kann sowieso alle Kibbel machen und für was anderes brauchen wir Eier nicht. Ja, Golden Dodo ist 10. Das haben schon mehr gesagt, aber ich weiß nicht. Was hab ich da denn von? Ach, die waren... Kannst du sozusagen paaren und dann kannst du sie immer schlachten. Dann hast du gratis Golden Dodo. Golden Kibbel, du toller. Eigentlich doch. Du kannst ein Dodo und ein Dodo fahren und dann hast du ein Gratis Golden Dodo. Du musst es doch nicht immer so wiederholen, dass ich mich wie ertrottet. Okay. Du willst dir jetzt 10 Jahre wieder anhören. Entschuldigung. Dann gibt es gar nicht. Also so wie Hauke mit seinem Symbol auf dem Fittister, der hat ja nicht Foundation gesagt, sondern von der Nation. Ja, das ist auch gut. Und alle haben einfach drunter geschrieben von der Nation. Das ist auch gut. Da kannst du noch interessante Schreibweisen dabei dadurch. Ja, das war wundervoll. Das kann ich mir vorstellen. Hallo, schließ. Schließ. Seid ihr Fußballfan? Nicht wirklich. Bist du ein Fußballfan? Nein. Nein, Handballfan. Nein. Ich bin auch kein Fan. Selbst gespielt. Die Golden Dodos haben kein Geschlecht. Siehste, hat sich das auch wieder erledigt. Okay, ihr müsst mich ja nicht Arschloch nennen alle, ja? Ja, ich schau. Junge, ich bin einfach auf dem Schwein. Kann da irgendwas cooles? Achso, nee. Das Heilungsding will ich nicht anmachen gerade. Hab ich das immer noch an? Nee. Ich will mal gucken, ob der Schaden macht. Nein, macht er nicht. Ich hab meinen schon. Ja, ich hab einen Alpha, Junge. Du hast ein normales Schwein. Ja, und? Mein Schwein ist trotzdem süß dadurch. Der macht 700. Wie viel macht deins? Oh, 200 irgendwas, glaub ich noch. Echt? Oh, das war sogar noch 400 Schaden. Oh, Babyschildkröte. Oh, andere Schaden. Nein, ich hab die nicht getötet. Ja, genau. Hab ich nicht. Genau, ich werde es gleich überprüfen. Leute, das kann ja sogar springen. Ja. Das wusste ich gar nicht. Aber hier ist so eine, so eine Müffschildkröte, sehe ich gerade mal so. 92. Ja, ja. Meine war, glaube ich, ein ziemlich Kacklevel, ne? Ich hab die Babyschildkröte am Leben gelassen. Ihr habt's alle gesehen, Leute. Was sagt ihr? Ist echt so. Ich hab sie verschont. Ha, lies, was Leonie geschrieben hat. Da hat sie vollkommen recht. Warte, ich muss nochmal selbst lesen. Ja, ja, okay. Ja, hat sie recht. Voll dumm. Da hat sie recht. Fussle ist voll dumm. Ja, da hat Leonie recht. Da hat Leonie vollkommen recht. Lebt noch, siehste. Na gut. Das darf, darf, kann ich dir auch glauben, ja? Das heißt, wie der Client. 4.000 Schaden. Okay. Oh, der stärkert sich ganz schön. Geht eigentlich voll fit. Halbwegs. Voll fit, halbwegs. Du alter Rapper. 4.000 ist halt nicht so mega gut, aber... Der hat sogar einen Schlag ausgehalten. Das ist nach dem Update erstmal so... ...äh. Gibt's noch eine, Yoga? Oh, Fiumia. Oh, oh. Und Käfer, ich kriege noch alle eine. Oh, oh. Oh, keine Chance. Fluffy ist die Beste und nett dumm, aber okay, sagt sie. Kann ich so hinnehmen. Selbst, ich bin zwar dumm? Du bist zwar dumm, aber du bist okay. Na gut, ich bin sehr ehrlich. Hab ich die gesagt? Hat Leonie gesagt? Leonie? Was? Oh, was sind denn jetzt die Penner hier draußen? Oh, Entschuldigung. Ich bin jetzt nicht alleine. Und irgendwelche nicht so netten Leute vor der Tür irgendwie rum und hören irgendwelche Co- ... jetzt so noch den schiefsten Tönen. Aber das ist schön. Oh, Junge, dieser Affe ist halt auch so cool, ne? Warum geht der Chat bei mir gerade nicht weiter? Hm, warte mal. Ich muss noch einmal so zack. Okay, irgendwas ist da merkwürdig. So, jetzt geht's wieder, glaub ich. Hoffe ich. Ich hoffe. Wollen wir den Affen noch kurz austesten? Den haben wir auch gar nicht richtig ausgetestet heute. Was greift ich jetzt schon wieder an? Trudon? Was war das? Oh, Junge, lass mich wohl. Scheiß, Trudon. Machi, du musst alle Tiere wegschieten und dann werden alle Tiere, die von den Updates da sind, spawnen dann bei mir. Hä, ich hab alle, ich hab alle heute gewiped. Ich hab heute alle Dinos gelöscht. Das mach ich immer, wenn ein Update kommt. Hat der Typ, wie man einen Giga im normalen Arkt leicht zähmt. Äh, ich wollte sagen, früher haben wir das immer gemacht mit dem Quetzal, mit einer Plattform, dort draufgestellt und runtergeschossen. Ich hab irgendwie mal gesehen, dass da einer so Tore hingestellt hat, den da reingeloggt hat und dann ein Tor dahinter gestellt hat, dass er sich nicht mehr bewegen konnte. Da gab's nicht denn eine Zeit lang dann irgendwie so, dass der dann nicht mehr, dass er keine Torpumme bekommt? Oder war der nicht irgendwas? Nee, das war bei dem Titano war das. Level den Affen-Move in Speed. Ah, ein bisschen können wir machen. Oh mein Gott, der ist gleich bei 1000. Oh nö. Das war gar nicht so ein Affe wie bei... Also, oder beziehungsweise nicht so schnell wie mit dem Känguru, bitte. Ja, sie hat schon übel schnell... Also, was heißt übel schnell, aber... Ja? Was? Warum konnte ich gerade kurz in den Baum reingucken? Okay, das ist ein guter Start. Hallo, Cap. Mit Gates zu bauen, ja. Mit Gates zu bauen, das hab ich halt auch schon. Oh nö, Flying Monkey, hör bloß auf, ey. Das mit dem Procopter dann damals, das hat mich richtig aufgeregt, wo ich da durch die Welt geflogen bin. Und meine Sachen nicht wiederbekommen hab. Danke, Tizian, fürs Folgen. Tizian, du bist mir schon mal gefolgt. Hast du mir einfach wieder entfolgt? Wie kannst du nur? Aber es dauert dann ziemlich lange, dass es, glaube ich, wieder angezeigt wird. Okay, du darfst jetzt wieder zurück, ich bin fertig. Achso, okay. Ich war gerade rüber schon auf die andere Insel. Nein! Ja, das Känguru war einfach... Vor allem, ich mach halt die Aufnahme aus. Danach lauf ich über so einen Stein, flieg ganz oben an die Decke. Ich bin tot, er ist tot. Ich krieg eins auch nicht wieder. Beste Tage in meinem Leben. Ich war richtig zertet. Ach, richtig. Das hat mich echt richtig aufgeregt. Das war halt so doof. So, ja, du bist auch hier da. Hallo. Guten Tag. Einsteig auf du für das Känguru, ja. Das Känguru war... Boah, wir hatten eine schöne Zeit. Hab ich viel verpasst? Nö, du hast eigentlich gar nichts verpasst. Großartig, ich bin nur ein bisschen rumgerannt. Wir haben da das Haus so halbwegs hellig. Ich hab dich doch nie subscribed. Ah, ich komm mich doch an deinen Namen erinnern, das kann sein. Du hattest mir nämlich gesagt, 1957 ist von deiner Mutter und das weiß ich doch alles. Ich weiß alles. Uuuuuh. Mh-mh. Warum? Sie ist halt schon... Oh, du hast das ja richtig sexy da drin gemacht. Dodo hast du drin. Nachher hab ich so viele... Hey, der Dodo steht da oben schon die ganze Zeit. Eintragen. Ja, ist ja gut. Das mach ich gleich. Kommt bald mal wieder eine Folge Eternal. Ja, kommen bald wieder mehr Folgen Eternal wahrscheinlich. Ich muss eben gucken, wie ich es schaffe. Weil der Server geht noch 13 Tage. Und bis dahin will ich noch einige, einige Folgen raushauen. Eigen Leech. Was hast du denn da für komische Umfragen, Tom? Oh Gott. Haha. Ich baue dir eine Tollecte. Dann kriegt man die XP-Boost, wenn man da reinkackt. Bestes Leben, ey. Kacken gehen und kriegt man einfach einen Boost. Dann macht sie eine Umfrage mit, wie ihr eintritt man ist. Aha. Du hast es ja sogar richtig schick gemacht. Ja, ne? Hier fühlst du dich wohl, MrGameBooster1. Unser erster Dodo. Unser erster Stream-Dodo. Ah, du hast es echt schick gemacht. Sieht gut aus. Juhu. Hättest du mal meine Wohnung dekorieren sollen? Ähm. Kann man hier irgendwie, man kann hier keine Leiter an der Seite runter machen, einfach so, ne? Da braucht man wahrscheinlich irgendwie eine Foundation oder so. Was zur Schuhe, aber... Seit tausend Abos. Mir kommt das irgendwie so vor, als wenn tausend Abos gar nicht so lange her ist, muss ich euch sagen. Mir kommt das echt... In letzter Zeit ging es halt echt übel schnell. Also 71% sind... also 5 Leute sind zwischen 12 und 16 Jahren. Okay. Bis 7. Ja. Okay. Hast du dich auch da eingetragen, war? Hä? Du hast dich auch da eingetragen, hab ich gesagt. Oh. Bei 12... zwischen 12 und 16. Nein, eigentlich unter 7. Achso, okay. 7 war auch als Auswahlmöglichkeit. Ja, unter oder über 7? Nee, irgendwie sowas. 5. Kann auch sein. Ähm... Wir haben Leiter an der 5. Äh, heh, heh. Tú. Blablabba. So, da machen wir ein paar von. Und dann haben wir, glaub ich, alles, da können wir so hochgehen. Nice. Ich bin dabei, seitdem es noch DDD heißt, ja, DDD ist, das war noch, ist, wann hab ich das gemacht eigentlich? Oh Gott! Das war 300 oder 400 Abos, meine ich. Echt? Ja. Ja, ich mein, ich mein. Aber ich weiß es noch nicht, ich will auch nichts Falsches sagen. Ich hab's gef... also es kommt mir zumindest schon länger vor, dass du jetzt Matschig heißt. Wie lange streamt ihr, ach so, ja, so lange wie ihr, wie wir Lust haben und wie wir wollen. Ihr hättest mit guten Händen, ja, das auf jeden Fall, so. Ich nehme mal kurz deinen Vogel, ja? Okay. Der Ice Cream. Danke, Lion, fürs Folgen. So. Oh, ich muss gestreckt. Erlaub ich dir nicht. Ey. Okay. Sehr leid. Aus der Weise. Danke. Kann man da... Ich bin halt so schlecht in dem Spiel. Komm, ist einfach Channel Admin im Afgad Channel. Gefällt mir. Oh, fischende Tor. Was sagt mir das? Der Name sagt mir was. Ja, ja, komm ich hier ganz oft, das weiß ich. Ah. Oh mein. Mein Gott. Oh mein Gott. Leonie ist gemutet. Gaming Queen ist auf einem anderen TS. Sind die alle auf TS gerade? Ja, also und Katorski ist online. Silmaster ist auch online. Und Reggie, kenne ich noch nicht. Ist auch online. Ich muss sehen. Ist auch da. Ist auch da. Jetzt haben wir die Drachen alle hier unten stehen. Oh, man kommt da gar nicht hoch. Ich bin das... Das war alles so schlecht organisiert. Fast schlecht organisiert. Dass die Drachen jetzt alle hier oben stehen und ich gleich nicht mehr hochkomme. Wie krieg ich da jetzt... Wir streamen das doch gerade. Also und bis 20.30 Uhr, wenn du nur so lange online sein kannst, da wird das dann auch nichts... Leider enttäuschen, liebe Leonie. Ich schaffe es. Ich werde... Oh, Mann, warum ist das so schwer? Danke, Lord Trex HD fürs Folgen. Lord Trex? Oh. Lord Tex, Lord Tex. Achso, ich war schon... Okay, geil. Was, Kekse sind... Du hast einen Kekschannel? Achso, ah. Stimmt. Kekse-Channel-Talk. One. Guck, wie grandios das wird. Ich schaffe es. Oh. Ja, easy. Ich habe keine Leitern mehr. Machst du mal neue Leitern und eine Foundation? Okay. Go, go, go. Oh Gott, du überforderst mich. Oh, mir fast gerade rumgefallen. Weiß ich, ob das bei mir war oder ob das... Seit Arkoms Live. Arkoms Live ist schon länger her, ey. Arkoms Live kann ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, irgendwie. Obwohl das jetzt nicht so heftig alt ist. Ich weiß nur noch, dass ich da... Da habe ich diese... Ne, eine Glasfond, ey. Du musst sie eben craften. Eine Glasfond. Okay, ich mache schon. Pissy, Alter. Ich habe ja jetzt schon die Leitern. Ich stehe da vor. So. Leitern. Okay. Da, warte, ich packe sie rein. Sehr gut. Lottex, du bist einfach der Beste Sanker zu dir. Dankeschön, dankeschön. Ich brauche aber, glaube ich, mehr Leiter. Aber du kannst gleich craften. Warte, ich gehe gleich weg. Okay? Hier. Warte. So. So. Ich bin weg. Dankeschön, Lottex. Das ist nett von dir. Für alle die Leute. Gibt es auch die Strickleiter. Du willst auch die Strickleiter nehmen können. Das ist, glaube ich, gut dafür. Ah, die hier porten so hoch. Das ist viel cooler. Da kann man so, plüpp, ist oben. Das ist mega cool. Das wusste ich nur. Alter, wie kann man so gut sein? So. Und jetzt. Aber es gibt sogar S plus davon als Strickleiter. Echt? Oh, wusste ich gar nicht. Ich frage mich gerade, ob das genau über dem Ausgang ist, wahrscheinlich, oder? Aha. Nicht so ganz, aber... Ja. Kannst du vielleicht mal ne Vanilla... So ganz Vanilla mach ich nie wieder, glaube ich. Da muss ich leider... Komplett ohne Mods. Weil das, finde ich, das macht keinen Spaß mehr, irgendwie. Also so ganz ohne Mods. War das einfach nur die Metallleiter, oder was hast du genommen? Ja, S plus Metallleiter, aber passt schon. Ich hab, glaube ich, genug. Aber es geht darum ausgucken. Das nervt mich gerade ein bisschen. Obwohl. Ah, es geht halt. Das kann, das kann man auch machen. Du kriegst irgendwann einen Oscar. Einfach so. Für beste Arct. Okay, der Kern ist wieder da. Hallo. Bei mir funktioniert die S plus leichter nicht. Das hatte ich auch ganz oft. Spielidiot, Doppelverzeugung. Das hatte ich auch ganz oft. Ich weiß nicht, warum das jetzt geht. Vor allem, ich hab das sogar in meinen Server-Einstellungen ausgestellt, dass man dieses Porn hat, weil die bei mir nie funktioniert haben. Und deshalb war ich selber überrascht, dass das jetzt auf einmal geht, weil bei mir ist das eigentlich ausgeschaltet. Ich seh mich so hoch und runter Porn. Tjup, tjup, tjup. Boop. Hör, beat me if you can ist wieder da. Hallo, beat me if you can. Hey. Warum stehst du genau hier? Was ist auf dem Kopf? Hä? Du bist auf deine Maske so komisch drauf. Okay, das ist gut. Ja, meine Maske ist übel sexy. Ja. Schön aus, ne? Hab ich schön gemacht. Hast du richtig schön gemacht, ja. Und der, der im nächsten Stream als erster hier ist, der kriegt dann den nächsten Dodo. Und dann machen wir so eine kleine Dodo-Sammlung. Ja. Wollen wir jetzt, wollen wir jetzt ein bisschen rumreiten? Ja, das wäre wohl eine Idee. Ich hab Lust, den Morshauts zu nehmen, irgendwie. Okay, ich hab Lust, mein neues Pony zu nehmen. Ja, das können wir machen. Aber mach dir bitte gut, dass er direkt stirbt. Okay, dann, ich fliege schnell nach Hause, ja? Okay, ist erlaubt. Kannst du auch vorbeikommen? Äh, musst du mir auch überlegen. Ja gut, ich komm. Komm ich auch in Dodo. So viele Blumen? Nein, das sind nicht so viele Blumen. Ne, das ist eine Lüge. Ja, sicher. Bekomm ich auch ein Dodo. Ja, Tom, du kriegst einen. Ja. Also, dann krieg ich auch ein Dodo. Was ist das für ein Eco-Mod, der die Pflanzen einfügt? Ich weiß es gerade gar nicht, welchen hast du benutzt? Das ist, ist das der Gartendekor? Ähm, den aus dem Busch. Aus dem Busch. Gartendekor ist das dann. Ja, finde ich, wird echt ein Affe gut gehen. PVP-Projekt mit Dallecor-Unity. Haben wir ja so gesehen gemacht, aber irgendwie waren da ja immer alle Leute nur oben rumheulen, dass sie geradet wurden. Von daher. Ja, wir haben ja 70 Slot-PVP-Server gehabt, wo dann viele immer direkt wieder runtergegangen sind. Willst du die Boss-Jobs umstellen? Nee, ich denke nicht. Hallo, Varro. Varro ist wieder back in the L. Oh, oder ich nehm... Ne, ne, dürfen wir auch Müff-Dinussen mitnehmen? Ja, klar. Oder nehme ich, ähm, den... Soll ich Kick zu den Cool mitnehmen oder der, der noch keinen Namen hat, das Rote? Musst du wissen. Verlass mich auf Kekse im Cool. Auf Kekse im Cool bin ich immer gut geritten. Auf Kekse im Cool bin ich immer gut geritten, okay. Okay, das hört sich wahrscheinlich falsch an, aber... Okay, okay, ich merke schon. Jeder weiß, wie es gemeint ist. Weg. Du kennst den Upwind von dem Server, wo du bist persönlich. Hä? Verstehe ich nicht. Das hier ist mein Server. Kennst du mich persönlich? Oh! Hey, Marcel! Ich kenn den Upwind von dem Server, wo du gerade draufsteht. Echt jetzt? Also, pssst! Ja, wirklich jetzt! Ich war's richtig krass, ich weiß. Das ist mega. Ich glaub, ich nehm die Mosh-Ups. Dann kommen wir doch zu mir. Wir müssen eh außenrum dann. Okay. Marcel, gibst du eine Runde Dodos aus? Ne, ich geb keine Runde Dodos aus. Du musst natürlich erg-arbeiten. Ja, GHD-Krad. Oh, Junkle, das ist ja richtig gut zum Strohfarben, meinen super Mosh-Ups. Der Mosh-Ups sieht halt super G aus beim Reiten, ne? Was heißt denn TS-Channel? TS-Channel. Ja, aber die haben halt alle rumgeheult und dann kann man das halt auch nicht wirklich aufnehmen, wenn jeder, wenn der geradet wird, direkt danach wieder, ne? Marcel? Ja? Muss ich ganz kurz unterbrechen? Ich muss ganz kurz fünf Minuten nachfragen, komm gleich wieder, ja? Ne, kann ich nicht akzeptieren. Ja, pss dich. Okay, dann war ich... Psst mit deinen Süßen kurz. So lange level ich die Mosh-Ups einmal. Ja, genau, perfekt. Ich guck dir zunehmend bei, bis gleich. Jojo. Danke. Bis gleich. Was rennt da vorne rum? Das sieht nicht gut aus. Eifert er noch? Ja, okay, das geht noch. Habe ich da so ein Level-Ding? Ne, habe ich da nicht reingepackt. Okay, dann mach ich das jetzt noch. Oh, der hat schon 210 Level? Ja, easy. Ich weiß gar nicht, woher ich die ganzen Level hab. Kann ja nicht alles so reinhauen. Also wäre es wahrscheinlich bei 210, oder? Oder habe ich vorher schon mal Damage ge... Hoffentlich habe ich vorher kein Damage gelevelt. Oder 84.000? Das Ding ist op! Danke fürs Folgen, Maxl. Alter, und der baut Bären ab vom Golden Dodo? Habe ich denn mal einen? Piss dich, Pego. Maxl. Ich hasse dich. Hör auf. Zu ärgern. Ich treff dich nicht. Oh mein Gott, ich treff halt echt nicht. Ja, Fossil, wir können ja vielleicht mal... Wir können mal einen Dodo... Wir müssen halt vorher diese scheiß Trophäen haben. Das ist halt das einzige Problem. Sonst können wir das halt jederzeit machen. Warum kann der Bären fahren? Hattest du dir mal die Einstellung vom Server angesehen? Hä, wie, 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 was meinst du? Ah, der hat halt eine mega komische Hitbox, ne? Er hat ja eine normale Hitbox wieder. Echt gut. Oh, 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 Babys. Okay. Dir gehe ich aus dem Weg. Ich bin bei Beam fast jedes Projekt dabei. Hat er mir was geklaut? Ne, noch nicht, glaube ich. Piss dich. Irgendwie, obwohl ich schon tausende Male gewaidet habe, habe ich mich nie aufgeregt. Ja, es gibt halt solche Leute und solche Leute, ne? Oh, diese Doppelge-Waxl. Ich treffe die einfach nicht. Ja, easy. Das war ein easy kill. Das ist ganz... Wie viel Pico-Waxl hast du hier, bitte? Hä, den Dodo-Ex habe ich richtig benutzt. Den habe ich sogar zum... Gegen wen habe ich doch noch damit gekämpft. Den habe ich sogar... Zwie viel benutzt. Und im Streams auch schon. Alter. Der kann sogar noch ein bisschen. Alter, Bosschopps OP, oder was? 123.000 Schaden. Okay, 199.000. Ja, okay, die Eltern. Da kann ich jetzt nicht auch noch drauf achten, Leute. Also, wie viel Schaden der macht? Was geht? Das hätte ich gar nicht erwartet. Seht ihr vernünftig doch was? Oder muss ich noch weggammern? Nee, das geht so, ne? Wenn ich voll Schaden habe, dann gehe ich danach hoch für Speed und dann geht's ab. Wenn ich einfach übelst hier Stroh abbaue, dass ich überhaupt noch laufen kann. Wie viel Gewicht hat der? 11.000. Der ist halt echt gar nicht so schlecht. Ah, interessant. Dann kriegst du auch eine von mir hier. Dass der bei dem Rechtsklick so stehen bleiben muss, halt nervig. Wie lustig hier läuft. Frank und Fluffy wieder, das kann ich dir auch nicht sagen. Die hat doch gerade im Chat noch geschrieben. Kannst du dir am besten dann persönlich anschreiben, oder ist sie schon wieder? Was? Hä? Ich habe meinen Namen gehört, entschuldige. Ja, es wurde gerade gefreut, wenn du wiederkommst. Von Leonie. Binde ist bei gerade, ähm, oh Gott, wie nennt man, äh, über Leonie, die das geschrieben hat, äh, der das geschrieben hat, wie nennt man den Namen? Sch- äh, Lies? Sch- Lies. Das ist doch ein lustiger Name, um einfach Uhrzeitexor den zu nennen. Hat der welches einen Namen? Ja, könnte ich tun. Es ist immer so schrecklich, wenn du die immer, ähm, benennst. Bedarzt sein. Ja, aber wenn ich den Namen von dir auch nehme, dann musst du die ja von allen nehmen, das weißt du, ne? Ja gut, dann war's jetzt meine Idee. Und dann nennen die ihn Uhrzeithexe. 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 Spieleidiot, die Eltern sind doch hier eh in der Ark, total. Sozusagen, die gebären die und dann, tschüss, fiss dich, fiss dich, Kind, sag mal was. Ey, Waschhoffs, wo rätst du? Warum rennt du Waschhoffs weg? Was du Teufel? Hör auf, Waschhoffs. Gib ihm eine. Wo bist du denn ganz? Äh, ich lauf nur um die Insel. Holzknüppel, den hat er mir aber nicht geklaut. Oh, hat die Holzknüppel dabei? Ich weiß nicht. Kann bestimmt gleich immer von den Zuschauern sagen. Hab ich jetzt schon? Okay. So, max damage. Leben kriegt er gar nicht mal so heftig viel dazu. Dann bist du schon unter der Brücke, ähm, durch, wo wir vom Server geflogen sind, weil du das Schesting abgebaut hast. Oh, hier sind Tote. Gehen wir uns nicht also lang. Alter, Wufuspeed bringt ja mal gar nichts mehr nehmen. Ich kenne mich mit TS gar nicht aus. Da musst du dich gar nicht auskennen. Ich kann aber einfach vorbeifahren. Du gehst einfach auf Server verbinden, gibst da das ein, wie unser TS heißt, also diese IP, und dann bist du schon drauf. Und dann kannst du dir einfach nur den Raum auswählen. Entweder mit anderen Leuten, oder du gehst alleine in den Raum, und dann hast du es eigentlich schon. TS ist nicht so. Ja, ist echt so. Das ist echt ein Feigling. So, wollen wir jetzt unsere Runde drehen? Wo bist du? Ich bin wieder bei der Base. Ach, Mann. Okay, ich komm da hin. Dornen beschweren, die Frau, ne? Was? Hä? Das stimmt ja. Das ist ja gar nicht wahr. Oh, Mann. Hoffentlich schwimmt der gut. Alter, der baut halt übel viele Bären ab. Wir können ja gucken, ob wir ein paar Viecher finden, die wir töten können. Dann vielleicht kriegen wir ja genug für den Dodorex zusammen. Ich denke immer eher nicht. Ich denke auch nicht. Also, der schwimmt halt. Geht so gut. Hast du noch eine Tiny XP Potion? Ich hab noch eine. Ne, ne. Ich glaube, ich komm klar. Wo schwimmen wir hin? Ich geh auch immer hinterher, ist immer alleine im Shell zu sein. Sehr gut. Hä? Wir schwimmen hier rüber zur Vulkaninsel, oder? Ja. Wer ist besser im PvP von euch zwei? Batschi. Ah, süß, so süß. Aber ist ja so. Hallo Jessica, willkommen zurück. Abbieg mich, wir kennen, du musst ja nicht alleine sein. Du kannst ja auch mit den anderen abhängen. Machi kommt ja auch manchmal immer dazu, dann. Weil ich war immer. Oh ja, eigentlich schon. Eigentlich wirklich ziemlich oft. Ja, ich geh eigentlich immer mal runter und sag hallo. Letztes Mal gab's auch ein C-Duell zwischen Machi und mir, wo ich denke, Mensch, könnte das nicht aus dem DS geraten. Hallo, Blitzpaul. Ist auch ein lustiger Name. Manchmal werde ich gemobbt. Ja, wenn ich wieder von den beiden Mädchen gemobbt werde, dann suche ich mir neue Freunde, dann gehe ich einfach das Runden irgendwo und steine mit rein. Nein, aber ja, nicht nur der Ausweg. Manchmal gehst du auch freiwillig, ohne dass du gemobbt wirst. Was wir nie tun würden. Hm, ich weiß ja nicht. Hallo, Kevin und Hausen? Kevin und Hausen? Das ist, glaube ich, dieser Apex-Polyonics, den ich heute auch in der Folge gesehen habe, oder? Nee, Alpha, okay. Gib mir deine, Junge. Ah, mein Akai. Spielt ihr die Runde? Hab ich schon alle gesagt, oder nicht? Oh, was? Warum? Oh, der Sabertooth, der sieht richtig gut aus. Wer ist der? 25. Ja, das ist total. Oh, ganze Nullschaden. Nullschaden? Also, du nimmst ja gar nicht mein Pferd. Ich dachte, du bist mein Pferd. Warum soll ich denn dein Pferd nehmen? Hä, mein Pferd als Kekse sind cool. Ja, ich dachte, du nimmst meins, was ich dir geschenkt habe, du Opfer. Ja, ich habe überlegt, aber ich habe gedacht, wäre vielleicht doch etwas zu tun. Danke fürs Folgen, Njoks. Das fährt ganz gut. Weißt du? Ja, es ist akzeptiert. Also, benenn doch einen Dino nach mir, dann nennst du mich nicht eine... ...Client. Wenn sich irgendein Name findet, wo ich einen neuen... ...Bannername brauche, dann kann man darüber ja mal nachdenken. Oh, Zombie-Dodus. Alter, wie ich die umklatsche. Was geht? Waschhoft ist O.P. Oh, 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 oh. Und der war doch kein gutes Level. Wie viel Schaden machst du? Du machst 1.300 whatcher Schaden? Pferd macht nicht viel Schaden, glaube ich. Du hast mich hier festgepackt. Oh, ich habe das abgebaut. Wo bist du jetzt schon wieder hin? Oh, da. Okay, lass mal rüber, da. Hör, die andere Seite. Jetzt wird's nicht so overtürkend, ist so... Nein, das sagen wir immer nur so aus dem Spaß, weißt du, was schämt ich. Das sagen wir einfach nur so richtig dumm Situation. So zueinander, lass mich ruhig, na komm. Ja, genau, einfach nur so richtig dumm Situation, um es einfach zu sagen. Warum hab ich so komische Lags dazwischen, das irritiert mich. Oh, ich hab kein richtiges Lags, ich kann mich grad nicht mehr. Boah, hast du grad abgebaut. Ne. Ich rette dich. Danke. Dem OP OP immer schon. Platz 3 der Deutschen, schreibt der. Deutsch, Deutsch. Oh, Alpha Dillo, Level 5, tu mal halt. Ey, was ist das? Ist das so ein Airdorax? Ja. Ja, ich glaub schon. Aber zwar 30 nur. Mit Anunnaki bist du schon eigentlich fertig? Hä, wieso bin ich mit Anunnaki fertig? Doch, aber mehr Damage haben wir mit dem Pferd gemacht, nicht? Mit Anunnaki hab ich erst angefangen. Bam! Moshops Biss! Bam! Oh, mehr Damage gemacht mit dem Pferd, oder? Danke für's Zeugen, Demorod. 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 Das ist so wenig in Anunnaki. Es gibt... Ich finde es gibt noch voll viel! Es gibt noch richtig viel! Ich hab noch nicht... Ich hab nur einen Boss, ich hab... Wie viel gibt es? Drei? Affe, Spinne noch? Da gibt's auch noch voll viele... Waffe, Spinne und Drache. Da gibt's auch noch voll viele... Stimmt Drache auch noch? Ey, ich hab ja einen von vier Bossen. Du hast... Was? Was hab ich gemacht? Nichts. Und es gibt auch voll viele andere Sachen nach. Ja... Was sowieso nie passieren wird. Äh... Ja... Zumbidus kann man glaub ich nicht zähmen. Warum steht grad alles so rum? Das war merkwürdig. Wo ein... Alphacarbo... Ey, das ist sogar einer. Du... Das ist sogar einer von Anunnaki, sonst wär er nicht so hohes Level. Ah... Ihr plantet das Talis? Ja stimmt, stimmt. Primordius und Raphos gibt's auch noch. Oder wie auch immer man das ausspricht. Ah... Ah... Und die Wölfe haben ja jetzt diesen Pack-Bonus. Was... Was machen sie da schon wieder? Eifer gekillt. Eiskalt. Bin ich. Was soll man tun? Uh, komm... Der Wolf hat das aus. Ja, wie... Wie A-los ist das doch jetzt? Ja, guck mal, bei Anunnaki gibt's doch übel viel. Da gibt's richtig viel noch. Und ich hab glaub ich auch kaum von diesen Badass-Dinos... Hab ich auch gar nicht so viele. Oh, ich hätte auch gern Badass-Wolf. Ich auch. Weil ich davon richtig guten seh... Oh, das wär halt richtig cool. Ja. Wolf in Schnebium! Komm! Hallo, McWolf, ne? Richtung Schnebium! Auf, auf und davon! Ja, ich... Noch mal Alpha. Oh, der Sabertooth! Okay, Level 160. Das darf man. Ich muss Dino-8 hier in den Dings packen. Äh, warum brenn ich? Aua. Wer hat der Sabertooth-Wortens angegriffen? Okay, achso, nee. Ich war so low-up hier, weil ich vorhin so viel geskillt hab. Kommst du klar? Ja, alles gut. Sonst kommt Jumping-Washops. Brrrr. Urge Hexe. So. Ah, ich hab diese, ähm, Alpha-Kanu-Arme bekommen. Alpha-Echt? Ja. Oh, das ist cool. Ah, ja, ich kann mir doch nicht alles merken. Was denn? M.C. Wolf will er genannt werden. Oder M.C. Wolf? Oder... Keine Ahnung. Wolf oder Wolf? Irgendwo deutsch. Er will nicht Mac Wolf genannt werden. Ja, weil du sonst wahrscheinlich mit Fatty Mac Fettfett verwandt wärst, ne? Wie willst du's nicht? Kein Verstehung. Alter, wie wenn du springst? Was geht? Uiiiiiii. Schön rosa Hufen. Oh mein Gott, ich hab so viel Fallschaden bekommen. Wirklich? Bist du fast tot? Ja. Aber ich hab mich gehirrt, ich hab mich gehirrt. Alter, das war halt mega, oder was? Du hast mich so viel Fallschaden bekommen. Egal, ich war von 500.000 Leben, da mach ich ein bisschen Wolfespeed und Sauerstoff und so'n Scheiß. Ach, Kano. Ja. 1000 Wolfespeed, oder? Ja, 10 von 10. Oh Gott. Ah, ist nicht zu schnell, glaub ich. Das geht noch. Und... Da fliegt ja hier aus der Map, meine Freundin. Ihr seid dabei. Ne, 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 ne. So, ich glaub, er ist ausgelevelt. Ist er ausgelevelt? Ja, ist er. Guck, 1000 Wolfespeed? Ist gar nicht so... ...ultra... ...langsam. Aber auch nicht ultraschnell. Das ist der als ich, glaub ich. Oh, welches Leben ist der? Äh, 100. Hahaha. Gut, dass das so ein Hunderter war. Erstmal, ja. Ich hab gar nicht voll nachgeguckt. Jessica, gib ihm keine Rechte. Er will nur an dich ran, für die Rechte. Ja, ist echt so. Willst du da reingucken? Ja, deswegen krieg ich grad die Zammdodus. Ich helf dir. Der Morshops, der ist so... Ah, das Geräusch ist richtig... Ich glaub, das liegt an dem Morshops, dass das ab und zu so komisch... ...ääh, stehen bleibt und so. Das ist irgendwie mega... merkwürdig, ja. War, glaub ich, nicht die beste Entscheidung. Weil der Morshops, der backt... Oh Gott, ich treff nicht. Jetzt hab ich getroffen. Über 10.000 Farben bekommen. Weil irgendwie der... Weil der so merkwürdig wackelt... Ich glaub, das ist gar nicht mal so gut. Hier ist genau... Angler-Gel... Wo Mastercraft Taufer floss. Juhu! Langweilig, langweilig, langweilig! Dieser Morshops... Kannst du mit rüber ins Schneegebiet? Ja. Ich bin übrigens schnellster Schwimmer ever. Auf dich! Hast du jemals so einen schnellen Morshops gesehen? Nee, ich glaub nicht. Sorry, Tom, ist ein Buffet von oben. Sehr gut. Du bist die Beste. Irgendwie ist das merkwürdig, Leggy, gerade. Kann sein, dass der Level-Institut neu starten muss, oder so. Irgendwas stimmt da nicht so ganz. Solche Problemchen hab ich eigentlich nicht. Die ziehen. Geh jetzt schlafen. Gute... Gute Nacht, Joach. Ja, gute Nacht. Auf dich hin. Ja, gut. Fluffy, du hörst dich so an, also du keine Lust mehr hast. So, so. Worauf hab ich denn keine Lust mehr auf? Ah? Oder? Hier ist ein Affe. Uh, uh, uh. Ah, 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 ich komme. Warte. Ich verflügel den. Nein, ich will dabei sein! Oh, da sind alle! Warum bin ich die ganze Zeit stuck? Wodrum bin ich stuck? Das sind... Uh! Es ist egal, hier sind Freunde für... 3... 30 Mail. Ja, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ich weiß nicht was. Oh Junge, der Affe kriegt jetzt so auf den Sack. Easy kill. Tschüss, Giga LP. Hier ist schonmal eine Trophäe. Nice. So bin ich zu dir. Alles für deinen Dodo-Rex-Wunsch. Dankeschön. Hast du Golden Kibble zufälligerweise? Mach die beiden die normalen Arc-Bosse. Wenn ich alle Artefakte habe, dann könnte ich das vielleicht mal machen. Was? Golden Kibble? Jaaaa. Habe ich glaube ich nicht dabei. Nein! Oh doch, ich hab sechs. Ich hab sechs. Komm mal wieder zum, ähm, Wasser, da wo wir rüber geschwommen sind. Okay. Okay. Ganz dringend. Okay, bin da. Ah. Äh, Fluffy, du hörst dich so an, dass du, ähm, ja, auf Arken, auf dem Stream oder auf Machi... Hä, nein! Kannst du ja auch so ein Mosh-Ups nehmen. Ich hasse dich! Hast du das jetzt nicht getan? Was? Hast du gerade das scheiß Rentier getötet? Nein, hab ich nicht. Das ist neben mir. Das steht neben mir. Alles gut. Wie sie einfach ausrastet! Sie... Hast du das jetzt nicht getan! Und ich hab einfach gar nichts gemacht! Ich stehe hier einfach und bringe den Golden Kibble vorbei. Das ist der Dank, Leute. So, das ist der Dank. Hast du gerade nicht getan! Hallo, das ist jetzt dein Geschenk! Ist okay. Ja, verpiss dich mit dem Geschenk, ey, wenn ich jetzt so angemuckt werde. Ja, ich hab gerade du hast es getötet! Ne, sowas mach ich nicht. Na ja! Na doch, ne, eigentlich eh nicht. Vor allem wusste ich doch, dass du den jetzt heben willst. Warum soll ich den denn umhauen? Ja, weiß ich nicht. Wo bist du lang? Na, erzähl ich dir nicht. Ach, hau raus, los! Wo bist du? Marcel! Ich bin wieder zu Hause. Gar nicht. Hallo, Junge! Ja, du brauchst nicht sagen, dass du Junge bist! Das steht vor deinem Namen! Dafür musst du... Sharky hat hier selber nicht so frech sein! Du hast Puzzle gekillt? Ich weiß auch nicht, warum. Ach, wo bist du denn jetzt? Sag an! Komm schon! Hm. Bitte! Bitte, 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 bitte! Halt die Stratze! Ich bin fast an der Bergstütze! Was?! Ja! So ganz schnell hin? Ich rede mit meinen 1000 kmh Moschaufs! Du hast für recht! Affe ist gleich... Hohoho, hat er nicht gesagt? Ich hab grad den Mega-Pitzekiss gekillt! Und damit meint er, dass du das bist! Haha! Oh Gott! Wäre der gut gewesen, hätte ich vielleicht lachen müssen! Wow, zerstört! Alle, alle haben schon zerstört! Ja... Dafür heißt der jetzt McWolf! Was hast du davon? Dafür heißt der jetzt einfach McWolf! Was hast du jetzt davon? Ey, fast auf der Spitze, man... ...machst ja das irgendwie keine Beschreibung! Hä? Ich...ich bin halt ganz oben! Ja, aber wie komm ich denn dahin nach ganz oben? Ach, ich stell den Teleporter auf, du Affe! Okay! Ey, wenn du wegrennst? Ja, wenn du gemeinsam bist! Wenn... ...es nicht schon vorgekommen wäre, dass du tatsächlich dann... ...meine Tiere getötet hast, die ich zählen wollen... ...wollte... Ich kann kein Deutsch! Auf jeden Fall, es ist vorgekommen und deswegen hab ich die angeschrieben! Ihr habt dich gefunden! Stark! Ja, ne? Vier Bosse gibt es, du hast einen, alle vier zählen an auf die gleiche Weise. Vier Bosse, die Badass gibt es... ...von einen Dianistiker... ...56 wenn das... Okay! Und du sagst, ich bin mit Alulaki fast fertig? Da muss ich noch ein paar folgen! Was? Le Bosse, das... ...haben wir alle gefragt? Vier Bosse... ...Arg... ...Worgen... ...Arg... ...of...de...fittest...Worgen... Ich snipe dich? Nee, Spaß! ...Arg...erg... Arc of...verfittest... ...erstell... ...er Klassiker... Das wollte ich auch schon so sagen... ...Survivable of the Fittest! ...Studief ist nicht so Trustee, halt so stick... Oh Junge gekregen, so viel Falsche an, ich muss voll aufpassen. Gleich... ...Klein Dino... ...selbst getötet! Upps! Ich bin grad nur so ne kleine Klippe runter... ...de ich hab' schon wieder fette Leben bekommen... Ich springe ja runter, aber ich stecke ab. Hoffe ich. Okay, ich stecke lieber jetzt schon ab. Ich habe nicht gesehen, wo der Boden war. Warum kriegen alle so viel Fallschaden? Riffdinos sind. Und warum hast du mich denn jetzt, weil ich McWolf gesagt habe, weil du mich zuerst geärgert hast? Jetzt bin ich wieder die Böse. Ja, ist klar. Oh, was geht denn? Oh, drei Einzelblut. Du bist doch die Böse, so wie du es zu mir warst, ey. Hast du gerade dich getötet? Ja, es sah ja auch total danach aus. Was soll ich denn sagen? Ja, sind denn zusammen? Was? Oh, das ist ein Prime-Gigant, Pitykus. Versuchst du gerade, die Drachen zu kennen? Einfach nur, die ein bisschen ärgern. Oh, Leute, geht doch nicht los. Warum? Ich habe die doch gar nicht angegriffen. Geh weg, piss dich. Ich treffe dich. Ah, ich habe... Okay, ich habe ihn. Okay. Ja, toll, es geht uns Rino und hasst uns. Er rennt wieder. Tschüss, Moschel. Was? Er rennt schon. Rette wieder weg? Ja. Wohin? Äh, der ist runter... Der ist hier runtergefallen. Wohin runter? Echt jetzt? Äh, ich glaube schon. Oh nein. Ja, der steht da unten. Und ich werde voll die scheiß Drachen die ganze Zeit angezündet. Hör jetzt auf, du dreckiger. Oh, ich sterbe am Drachen. Ach, Quatsch. Doch, echt so. Oh, okay. Huh, easy. Dieser dumme Moschelps rennt auch die ganze Zeit weg. Was soll ich denn machen? Useless Moschelps. Warum rette... Ich wäre halt echt fast gestorben. Meine Rüstung ist sogar kaputt. An MC, Wolf, warum oder Wolf oder wie auch immer, warum bist du so gemein zu mir? Ich habe nie was Böses gemacht. Ich wäre immer nett zu dir. Äh, wo bist du jetzt eigentlich? Unten bei Moschelps. Ja, wie komme ich da hin? Äh, das ist eine gute Frage. Ich wäre fast tot. Äh, warte? Egal, ich renne da hin. Ich werde so elendlich sterben. Ah, ich sehe die Moschelps. Ich komme! Habe ich irgendwas hinter mir? Ja, ein Kano. Und Sniper. Äh, keine Chance, Junge. Wie er einfach flogen ist so voll geschlafen und einfach gelandet. Einfach gemacht. Hat er einfach gemacht. Einfach, einfach, einfach zu krass, der Typ. Die Siegel. Was? Ja, wo wollen wir hin? Wo bist du überhaupt hin? Oder? Ja, hinter dir. Okay, das wollen wir weiter da hinten einlaufen. Ah, oui. Dieser Moschelps so schnell. Ihr seid... Ich habe das nur gemacht, weil du angefangen hast, ja? Oder soll ich mein Diss? Ja, ich weiß, ich weiß das. Das war das schlechteste Argument. Was ist, wenn ich, was ist, wenn ich den auf... Oh, nicht auf aggressiv. Was ist, wenn ich den auf passiv mache? Rennt der auch so dumm weg? Warte. Mal gucken, wenn er wegrennt. Warum werde ich denn eingegriffen? Greif dein Moschelps an. Ich glaube, der greift nicht so was an. Aua. Okay, da muss ich rennen. Hilfe! Weil ich habe nur noch ein Leben. Oh, was ist da oben links? Ein Alpha Rex, oder? Ja, Level 5. Sehr gutes Level. So, du verschwindest jetzt. Gib mal ja. Zack, 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 zack. Immer her mit dem Alpha Blut. Ja. Biege. Hi, kannst du mal Arkons to Life spielen? Arkons to Life habe ich schon gespielt. Habe ich ein ganzes Let's Play von gemacht. Dat waren noch Zeiten. War Arkons to Life noch cool, wa? Was müssen wir jetzt noch alles killen für den Dodorex? Drachen? Also so ein Brustdrachen? Ja, ich glaube ein Drachen und noch irgendwas. Dodorex noch. Ach, eine Brutmutter. Eine Brutmutter wahrscheinlich, ja. Gut, aber Brutmuttis gibt es hier, glaube ich, auch mit dem. Äh, ich backe gerade irgendwie rum. Liege in der Luft. Ihr habt auch geflogen gerade. Ich auch gerade. Achso, okay. Selbe mit beide. Ich dachte, das lag an mir. Ich dachte schon, hä, was ist los? Nee. Ich habe immer genau dasselbe. Arkons to Life ist ein Mod. Geht weg, ihr hässlichen... Lass mir Ruhe, ihr Schweine. Lavi, hey... Oh, man kriegt so viel Falscher, das ist so nervig. Was ist passiert, Lavi? Ja, gute Frage. Ich habe die Dodo-Base, Community-Base, wie auch immer, richtig schön dekoriert. Matschi hat sie so zugebaut, dass er zufrieden ist. Jetzt suchen wir... Äh, eigentlich suchen wir... Einfach nur doof rum. Wir laufen einfach nur doof rum. Ja, aber ursprünglich möchte ich einen Sabertooth haben. Also, das ist eigentlich... Das ist eigentlich sehr cool, wenn ich einen... Können wir im Schneegebiet ja am besten hier rumgucken. Wir sind ja gleich wieder in einem Schneegebiet. Alpha-Peter-985, Alpha-Gigantopetikus-85, äh, äh, äh. Dieser Mosh-Ups ist halt irgendwie so... VEGA-BUCKY, ich weiß auch nicht. Arcoms & Life ist eigentlich der Vorgänger von Eternal. Er ist vom selben Mod-Macher. MC-Wolf, wenn du jetzt weitermachst, gibt's einen Time-Out. Ehrlich, du nervst mich. So. Alter, ich bin voll blutig. Mein Mosh-Ups ist voll blutig. Was ist hier los? Ihr gehört halt zusammen. Ihr seht halt süß aus. Heute noch langes Team, fragt Maro. Äh, nee, so ganz lange machen wir nicht mehr. Hier ist ein Sabertooth. Welches Level? Gutes Level? 92. 95. Geht so gut. Ja, aber... Soll ich ihn einfach mitnehmen, um ihn zu haben? Erstmal? Äh, ja. Können wir machen. Oh, der greift mich ja schon an. Ja, warte. Wir sind gerade drauf, weil die Nerven geht. Oh, nein! Nein! Hab passiv. Danke. Okay, sehr gut. Oh, das war knapp hoch. Ich wusste nicht, dass der auf neutral ist. Ja, macht der reiz. Kekse sind cool, wie der so frei drehen muss. Mann, was ist denn los mit dir? Ja, Kekse sind cool. Der rastet einfach aus. Ja, ist wirklich so. Ich glaube, es ist der Agentar. Ich finde, die Agentar ist ja so schön irgendwie. So, die schicke ich mal nach Hause. Warte, ich muss ihn noch nach... Mal gucken, ob wir noch einen besseren finden. Wir können noch mal bis zum Berg hochlaufen komplett. Junge, warum kacke ich gerade so oft? Und dann porten wir uns da zurück. Wollen wir nicht noch in Schneebium? Hä, hier ist... Ich meine hier komplett im Berg hoch. Vor allem Schneegebium. Warte, eigentlich, äh, hier. Ach nee, Red Hood ist ja nichts Cooles. Eigentlich aus den Dodorex wurde die inszeniert worden. Ja, richtig. Und das können wir halt noch nicht machen. Ach, ich... Äh, MC Wolf oder Mac Wolf oder wie auch immer du jetzt heißt. Verstehst du nicht, dass du jetzt aufhören sollst? Also, reicht irgendwann. Du kriegst gleich einen Timeout, ehrlich. Sag's einmal. Ich sag's einmal. Und gern noch ein zweites Mal. Und wenn man's dann nicht versteht, dann... ... bin ich auf den Nerv. Weil man kann's auch übertreiben von deiner Seite aus. Und das ziehen. Bist du auch hier? Oh ja, du bist ein bisschen viel, viel langsamer. Ein bisschen viel, viel langsamer. Guck mal, das sieht von hier einfach aus, ob da oben ne Base drauf steht. Siehst du das? Hä, wo? Genau, auf den Hügel gegenüber von mir. Wo ich rauf gucke. Guck mal, wer steht. Ja, 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 ich weiß. Ja, da ist ja so ne Stadt, da oben. Hä, da ist da Stadt? Ja, aber da kann man nicht hin. Das ist über der Border. Hallo, Joshua. Willkommen zurück. Was? Nee, hast du's nicht verstanden? Wir können das leider nicht zurückgeben, weil wir's andersrum nicht wissen... Warte mal hier. Du? Was? Wartest mal hier? Wo wartest du? Ich warte hier mal kurz. Da. Warte. So. Mann, oh Mann. Leute, Leute. Reiß dich doch zusammen. So. Hab ich jetzt hier alles in Kontrolle? Ja. So. Äh. Hier ist auch nix. Oh, du bist gerade vorhin an einem neuen Tier vorbeigelaufen. An einem neuen Tier? Ja. Wurde gerade, hat Leonie gesagt. Hä? Echt jetzt? Ich weiß nicht, welches war's denn, Leonie? Weißt du das? Ich hab nichts Neues gesehen. Ehrlich, sei nicht drauf geachtet. Oh, Junge, der kriegt halt so viel Fallschaden. Hä? An welchem neuen Dino bin ich da vorbeigelaufen? Weiß nicht. Hab ich da vielleicht gerade in den Chat geguckt? Könnte sein. Wir machen heute nicht mehr viel. Wir machen gleich Ende und dann spielen wir wahrscheinlich League of Legends mit Jessica und Tom, wenn die gerne wollen. Ja. Ja. Über sie, ihr müsst. Ja, oder das. Bin ich echt an einem neuen Dino vorbeigelaufen? Hier hat dieser neue Hund. Achso, sie meint die Hygiene? Hä? Echt jetzt? Äh. Hier ist kein Wolf, war der irgendwie nur Babywolf oder Jugendliche? Ja, ich glaub hier. Hier ist ein Babywolf. Oh, du. Weil ich hab keine Hygiene gesehen. Hier ist noch ein Wolf. Aber was ich jetzt irgendwie schade finde, dadurch, dass du den anderen Mod nach oben gesetzt hast, spawnen halt weniger von den, ähm, von hierher nach oben. Ja, nein, nein, ich, nein, ich, ich, nicht wie, ich. Geht's noch immer nach hier unten, oder wo bist du wieder hin? Ne, ich bin gerade wieder weiter nach oben gelaufen. Hallo? Oh Gott. Jetzt will ich nichts falsch. Chak, Chakotak. 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 Das ist eigentlich ein lustiger Name. Okay, dann hol ich hin, Chakie. Tschüss, gute Nacht. Wir porten uns gleich zurück und dann machen wir... Kann ich voll nicht sehen. Ich bin ganz oben. Ganz, ganz oben. Ganz am Ende von dem Berg. Du bist einfach nur am Ende. Wieder. Ja. Schon wieder. Ja, ich bin am Ende. Am Ende ist es tut mir so leid. Hast du eine Konsole? Ja, ich hab... Ach, da ja. Ja, hier bin ich. Ich habe eine PS4, ich habe eine Wii U, ich habe eine 3DS. Ich habe... Ich habe... Ich habe... Okay, ich muss unbedingt absteigen. Der wäre halt safe gestorben. Der wäre wirklich gestorben. Er ist nicht abgetan, wäre der richtig tot gewesen. Einfach nur... Richtig hübschen Wolf hätte ich ja auch Lust. Ja, ich auch. Wolf ist halt mega cool. Oh, ja, wirklich ganz ruhig. Hier hat letztens so ein Babyschwein... Nein, nein, das halte ich für die Lüge. Lappi, erzähl mir mehr. Allein, schick mal Lappi. Erzähl mir mehr. Erzähl mir mal mehr darüber, bitte. Ey, ich weiß da nix dran. Hier ist ein Prime Alpha Mammut. Wollen wir das verprügeln? Ja, wollen wir. Wo bist du? Ja, ich will. Ah, du bist ja schon drin. Ich bin auf dem Weg. Du bist ja so schnell. Ja, ja, ich bin auf dem Weg. Oh Gott. Taxi-Track ist tot. Pass auf, dass du nicht auf die Schnauze bekommst. Danke, Kupi Mike 09 fürs Folgen. Okay, wir haben das. Easy-Kill. Hatte irgendwas Gruß dabei? Wohl. Was kommt da denn noch alles angerannt? Oh! Oh, was geht denn jetzt hier ab? Oh, wot, 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 ich seh grad gar nichts mehr. Warum greif ich das Rino an? Die haben uns angegriffen, weil wir den Prime... ... den Prime, glaube ich, ja. Carlo, du bist still. Du legst sie still. Eiferboots! Geht ihr nochmal in den Redwood? Ne, ne, wir gehen jetzt nicht mehr in den Redwood. Für Agentar, was ist da los? Warum fliegt der so komisch? Oh, wie mich einfach alles angreift! Nein, ein Bär, der Sabertooth wurde besiegen. Oh, ich hab, ich hab, ich hab gerade... Oh. Was, oh, was? Was? Bär, der Sabertooth? Ja, stand da gerade, wurde besiegen. Ah, der wollte, glaube ich, den Kano angreifen, der, Gintarvis. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist vorbei. Ich lauf nochmal hier runter. Ja, 21 Uhr, der drin ist. Kommen Sie mit, junge Dame? Ja, ich komm mit. Warum greife ich der jetzt an? Danke, Luffy, für die Information. Ich werde dir dies prüfen. Du bist treu. Danke, Luffy, meine treue Seele. Danke sehr. Okay. Darf ich jemanden Kanalban haben? Was? Ich? Nein, du ja nicht. Luffy. Achso. Ja, du, du auch. Ich, hä, warum denn jetzt ich, hä? Eiskeil. Oh, guck mal, der Raptor. Sieht auch cool aus. Was ist da hinten? Da ist was rotes. Ist das ein Wolf? Ach nee, das ist so ein... Das war ein Raptor, oder nicht? So ein Apex-Kriterium-Kriterium-Kriterium-Kriterium. Oh Gott, da bin ich voll im Baum rumgebackt gerade. Seht mir aber auch. Hier in Hundhausen darf ich mit Lloyd zocken. Hier ist noch ein Prime Alpha Gigantopitcus. Wie hast du gehört? Ja, hab ich gehört. Aber ich denke, wir spielen das ohne Stream, oder nicht? Hä, warum geht der... Geht der runter, was ist los, oder rennt der weg? Ne, der ist weggerannt. Warum bin ich mal Bad Saber 2? Ja, wir müssen es ja nicht streamen, oder? So ein Stream? Nö. Ah, okay. Ja, ja, ja. Irgendwie sowas hatte ich auch in Erinnerung, dass sie mich dann alle angreifen. Die ganze Zeit immer nur Bad Saber... äh, Bad Lass Saber 2 wurde getötet. Und ich denke mir so, ich konnte ihn nicht mehr sehen. Ja, das ist halt richtig bitter. Ja, aber von was werden die dann auch immer gekillt? Da könnte ja nicht so hohes Level gewesen sein, wenn die verprügelt werden. Ja. Oh, nee, tut mir leid, Ankylo, ich fühlte es nicht, tut mir leid. Danke, Leon, Play Null fürs Folgen. So, wollen wir uns hier zurückpornen? Ja. Und du hast noch ein neues... Ein, 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 ein neues Rudolf. Ein, ein neues Rudolf? Juhu. Rudolf. Darf ich mit dir in die Blase rein? Geht das gut? Meinst du, das geht gut? Du bist zwar unsichtbar und sitzt auf mir, aber ist okay. Ja, das hat geklappt. Sehr gut. Ist Sams Freundin, oder was? Ja. Ist Sams Freundin. Und so ist auch der Ankylo auf das Dach gekommen. So wie der Moshops jetzt auch. Der Moshops ist halt übel cool, irgendwie. So, Fräulein, was meinen Sie? Wollen wir eben uns bei unseren lieben Zuschauern verabschieden? Ja. Wo gehst du? Ja, du machst das ja richtig gut. Warte, ich wacke gerade rum. Tut mir leid, warte. Rumbaggen nennt man das also? Ja, ja. Warte. Ich habe gerade einen selber Toto wie 430 getötet, aber bestimmt kein Badass. Das hätte ich gesehen. Hey, den kannst du gar nicht machen. Ja, Doc, doch, doch, der Name sagt mir was. Der sagt mir auch was, ja. Bist du denn? Ich bin wieder oben. Wo ist denn oben oben? Ich stehe hinten am Zaun jetzt. Da, wo wir auch unser Anfangsvideo gemacht haben. Ach, da, du, das heißt ja nicht ganz oben, also. Ich denke, ich unten. Auf dem Balkon. Ja, ja, wo bist du? Hier. Bage ist dir. Oh. Mir ist die Trank-Rifle ausgerutscht. Das wollte ich aber nicht. Das mache ich nicht wieder. Entschuldigung, mein Fehlverhalten. Ich hasse... Sozialinformation, Leute, ihr werdet mich nie wieder hören. Okay. Ey, ich habe dich wieder hingestellt, ja? Ja, okay. Okay, Leute, ich hoffe... Was ist mir das schon mal an? Ihr habe ich verloren. Ich hoffe, euch hat das Team gefallen. Ihr... Und ich hoffe, ihr seid im nächsten Stream wieder dabei. Ich hoffe, sie trifft mich nicht. Ach, du brauchst es mir auch noch. Nein, nein, nein. Nein, 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 ich will das nie tun. Oh, nein. One, 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 one. Oh mein Gott, ich bin so gut. Ganz schön, ganz schön. Oh, T-back, T-back, T-back. Keine Chance. Hey, auf den Schenken. Ja, hier, Karl. So. Dankeschön. So, Leute, äh, ja, ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Der Stream kommt wahrscheinlich auf YouTube online in nächster Zeit. Warum schießt er auf mich? Oh, nein. Habe ich nicht. Ja, so vorbeigeschossen. Und dann, äh, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Schlaft alle gut. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag morgen. Und tschüssi. Ja, es ist mir leid. Hallo, wo ist mein Detox? So.